nur tote auf dem bohnen so selber im nest nicht nur tot auf meinem teller okay das kann man nicht so gut wie der fiese fettsack ist ein scheiß wort dafür babyspeck der fiese fettsack aus dem paus den krieg soll den auch nie weg nein ich weiß nicht ob ich mit solchen menschen eine kommunikation führen möchte du bist ein kackvogel und jetzt okay das war sehr zutreffend aber schon leicht romantisch hat ein bisschen was von der idylle das entspannt mich so das wasser beobachte diese flöte im hintergrund und das wellenrauschen ja die neunte sinfonie du er sagte dass er nicht so ist stellt es ist auch so eine sache immer kann man gar nicht machen welche sachen sollte man sich nicht bei us bestellen sondern man müsste eine kategorie machen welche sachen kann man sich bei us bestellen sind ja nur drei artikel wahrscheinlich die gut sind naja für den youtube kanal dass du 100 folgen zusammen kriegst solltest du andersrum machen heute stellen wir wieder fünf sachen vor dir hier nicht bei wisch kaufen können die die ich sag mal von wisch immer gaming pc teile kaufen und dann zusammenstellen und da waren schon ein paar relativ gute sachen mit dabei ich habe nicht den kreis sage ich mal die haben sich zum beispiel da gab es ein mainboard mit zwei prozessoren gleich schon mit drauf so für 200 300 euro aber war jetzt kein high end aber man konnte damit zocken also meine gleiche sieht aus wie wie der ampel grüne menschen hätte der sich gerade bewegt sie dürfen laufen ja du bist doch im game oder ja seit dem spiel alles ist doch schon drin ja macht mir irgendjemand irgendjemand bitte wieder wir können nicht ins lager du folgen naja weil wir noch im u-boot sind und kannst doch doppelklick auf unsere charaktere machen dann siehst du da wo wir sind jetzt zu schaulien weil der mir am unsympathischsten ist kann ich dir jetzt so ein stinkelfinger zeugen geht in e-mode wenn du weiter gehst werde ich zum e-mode kann ich in e-mode machen ach ist das schön man hat nie zeit gefunden sich mal hier hin zu liegen im spiel und einfach mal die welt zu gelesen kann ja mal gucken ob hier noch irgendwas zu looten ist da ist noch ein sessel frei für mich so zack jetzt hat er sich in ihr sitzt fällt doch ja nicht auf die größe ich bin mal kurz weg ich hab dich gerade erst gar nicht gesehen bin der mit der rüstung und der laute der kleine mit der lauten rüstung die kleine laute rüstung kappt die hörner auf er hat die hörner auf und das ist auf dem stuhl pass mal auf warte mann ich kann nicht so lange immer bei dem bleiben ich werde immer zurück jetzt wünscht guck mal hier taunt wo bist du wo bist du alter richtiger ninja du warst eins mit deiner umgebung oder ja amok getarnt junge amoksen alter naja gut die oberarme wohl sind so dick wie die da aber ansonsten die oberarme wollten mal kinder werden die oberarme sind dick ja heute mal kinder werden heute mal kinder werden das ist geworden behinderte katzen fick dich doch einfach hey 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 nicht diese schlagwörter doch die benutzt doch jeder kann ich jetzt immer eine runde schwimmen gehen vielleicht gibt es hier verborgene schätze so ein deutsch oder so ja das wäre doch für schwimmen bekannt auf jeden fall jemals wer kann alles hier sind ich kann nicht unendlich spinnen lassen wie spinnen lassen jetzt wo ich tot bin zeig mal spin spin im inventar kannst du mich spinnen lassen ja ich auch usen ist ein spin-off ich dreh mich also hier auf so einer art drehscheibe dadurch dass ich das noch über einen anderen bildschirm weiter ziehen kann ich schicke ein foto ich schicke mir ein foto von dir ich schicke mir ein foto von dir die ganze nacht usen ich habe heute leider kein foto für dich ist okay aber haben sie von flaschen das wäre nett ich bin auch weggetaun die nacht ja da du jetzt arbeitslos bürste ist in ordnung ja und was brauchst du den ersten tag nah ich lieg eigentlich aufs strand und chill ich wurde aus meiner abenteuergruppe verstoßen ich habe mein leben gegeben und ja keiner beliebt mich wieder jetzt ich bin ich Alguns und ich bin ein wir möchte ich bin wir st weil er weil er Ludmacht noch weiterhin registriert auch wenn ich das aus dem anderen bildschirm raus das ist ist ich über cass time test ja Achso, ne? Ja, nice Schön, dass ihr mit meiner Leiche Spaß habt Das hat gar nix über euch aus, sagt so, gar nix über euch aus Wir machen immer Ärger mit Warn Jaja Ferris macht Blaueck, weißt schon Soll ich davon jetzt mal ein Dings machen? Wie heißt das? Short? Ich gebe dir die Rechte dafür Danke Aber ich gebe dir nix schreckliches Es ist immer noch mein Bildmaterial, ich möchte das nicht Das ist mein Spiel, ich muss meinen Charakter Aber ist dein Spiel, hast du es entwickelt? Ja, das wusste ich gar nicht Du stehst gar nicht bei den ganzen Creators dabei Lass mich gar nicht aussprechen, mein Spiel Nee, weil ich nur das hören möchte, was ich hören will, okay Da brauche ich keinen Punkt am Ende Da interessieren mich auch die Börter nicht, die noch kommen Pass auf, dass du nächstes Mal nicht wieder nackig bist Oh, Feier Meinst du im echten Leben oder hier im Game? Hier im Game wäre es nicht so schlimm, hier im Spiel Nein, jetzt Und betäubt Dies ist aber zu Vorsicht hin Akira macht doch wahrscheinlich noch mit Ja, er hat doch eigentlich noch mit Darf ich assistieren? Bitte, bitte, bitte Oh, und wie dein Würstchen schnapp? Oh, und wie dein Würstchen schnapp? Oh, nuch Aber wieso bist du denn eigentlich verschicken? Ich bin Ken, Dicker Bei mir ist glatt rasiert da unten Da ist nix Nix, nada, nienta Mit abrasieren oder was? Da wächst nicht nach Jeder war nie was Ich bin wirklich Ken Ich bin Cyborg Wenn man es so sieht War da mal Schwanz da? Wollst du nicht? Das ist doch einfach ne Frau Das ist wie so ein indischer Name War mal Schwanz da? Ich bin nicht dieser Schwanz da Solltest du mal Denise heißen oder? Ich sollte eigentlich mal Scheiße heißen aber Haben die vom Namensamt nicht wirklich akzeptiert so Sie lassen sich warum so ein Seikid heißen wie mein Kind Das bringt mir gar nix Deswegen heißt der zweiten Scheiße Ja Eigentlich war Dennis komplett gelogen Ich... Mein Name ist eigentlich ungewollt Jusen sollte mal Danuta heißen Hanuta? Danuta Hanuta? Danuta Danuta Bermuda? Jusen, warum stinkt meine Furze? Du bist wahrscheinlich dann im Essen was du isst Klingt unglaublich Was isst du denn? Ich zum Beispiel esse nur Regenbögen Deswegen riechen meine Furze nach Zuckerwatte Sehr gut Ich war bei dir zu Hause da riecht nichts nach Zuckerwatte Ja ich hatte in dem Hall gelüftet Ja 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 Also wenn ich bei Katjes vorbeifahre riecht es nach Popcorn Aber bei dir riecht nichts so Ich mag auch kein Popcorn Ne warum nicht? Also kein salziges zumindest Verstehe ich auch nicht Machst du salziges Popcorn? Nein, jetzt sogar das Ja, so siehst du auch aus mein guter Ja 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 lass mich Ich bin ja glücklich Ne aber ganz ehrlich hätte ich gesagt das Popcorn gegessen wäre ich vielleicht nicht tot hier in dem Game so Vielleicht würde ich noch leben mit 1% und sagen Ja, ein hochaufsaltiges Popcorn Aber so Fuck Ja du musstest ja zur Truhe rennen Richtig Truhe? Na letztes Mal musstest du doch zur Truhe rennen und die da aufmache Und deswegen bist du ja nicht ins U-Boot gekommen Das ist eine Unterstellung Das ist Verleubnung Und ich möchte ganz ehrlich Entweder beenden wir jetzt dieses Thema oder mein Anwalt kommt dazu Oh ja, ich würde ihn gerne mal kennenlernen Ich glaube gar nicht, was ich gesagt Ah, wusste ich war im Bluff Wir gerochen Das ist ein großes Kabel Wie ein Sack hat der juckt Daran erkenne ich, dass du lügst Achso Da muss er ja ständig jucken Steht mir diese Jacke Oh ja, es steht ihm fantastisch Und da sieht man halt Alex Schön kratzen im Büro Die ganze Hose weggerissen dabei Obwohl du trägst ja keine Hose bei der Arbeit Alex hat keinen Sack War ich so auf Lüge Warte Wirklich krass Wie so'n rolligen Pickel Einmal Wirklich krass Okay Oma jetzt gut, alle schick So, da bin ich Welcome back Ist halt was komisch, wenn Oma so spät abends anruft Ja, kann ich nicht mitnehmen Irgendwas ist Ooooooooh Ja, jetzt kommt ja die Mitleid zu von mir Ooooooh Hat der Jugend keine Omi gehabtes Opfer Ooooooh Diese kleine hässliche Bengel Oma sei ihm nicht gegönnt Keiner mag ihn Nicht mal Omi's Keine Waschmaschine, keine Spülmaschine Keine Oma Junge, was ist denn los mit dir? Sehr gut, für all diese Aufzählung gar nicht halt nix Ja, mach dir eine Oma Junge Ja, mach dir eine Oma Junge Wenn du deine Oma rumgebracht hast, kannst du schon mal dafür Ja gut Weil mein erstes Mal Was müssen wir jetzt machen, Leute? Ne, erstmal mich wieder bei dem wäre mega nice Ja, na, aber ich stehe hier noch mittendrin in dem Dings Ja, wir sind alle im U-Boot Wir wollen wir das jetzt nochmal machen, oder? Ne, ich würde sagen, haben wir doch geschafft, oder leben doch alle, oder nicht? Na, dann müssen wir den Wichtigsten leben, ja Alle leben nicht, ne Haben die paar Sitze, die hier frei sind, die sind für uns Die müssen ja auch irgendwo sitzen Irgendwo Ja, aber eigentlich hat man es geschafft, ja Eigentlich kann man da, glaube ich, nicht nochmal, das war einfach Möchtest du jetzt nach oben klettern, oder? Oder müssen wir noch einen Hebel ziehen? Ne, gehst du nochmal runter, sicherheitshalber, kurz durch nochmal bis hin oben Ich hätte noch ein paar Wir können ja nur hochklettern, da können wir uns hin setzen Nein, ich müsste jetzt mit dem U-Boot wegflattern, oder? Das wird's vergeben Sehr gut Kommt man ihn hoch? Ja Oder hat schon die sich bewegt? Ja, gut Warte, der ist auf die anderen Seite hier doch nicht Warte, Jusen? Ne, jetzt ist mich wieder rausgekant, warte Warte, guck mal jetzt Ja, ich guck mal, ich gucke Alter, wo ist er? Alter, ich sehe ihn nicht, diesen Ninja. Da drüben sitzt mein Haustier. Du hast ein Haustier? Ja, guck da drüben, auf der anderen Seite. Ach, das ist deins? Ja. Nee, das ist auch von David gesport. Nein, das ist meine Katze. Wie heißt du, hä? Muschi. Lüge! Wieso juckt er in den Sack? Na, dann könnt ihr nicht kratzen. Auweia. Auweia, die Weile. Die jucken wieder. Die jucken und zucken. Der Jusen ist nur am schlucken. Wie muss an? Aber nur beim ducken. Ich bin am schlucken, nur beim ducken. Ja, das heißt halt, meine Jusens. Ja, bist du am ducken, musst du schlucken. Das ist halt so ein Ding, so. Geh niemals runter vor jemanden. Schluckst du gut, dann duckst du gut. Ja, nee, ist so schlecht. Ja, dann mach ich schon mal Anmord fahren. Du, Digga, Motto doch mal an, erst mal. Ja, mach doch mal eine Anmord jetzt. Motto an. Jetzt kannst du doch erstmal eine Anmord machen, ne? Ja, Paila guckt noch auf die Uhr, vielleicht erst mal eine Anmord so. Ja. Hört ihr das? Anmordzeit. Ich glaube, jetzt müsstest du erstmal eine Anmord machen. Ja, ich glaube... Der Albtraum soll sich immer noch werden, oder? Aber erst wenn man ein paar anmord macht. Ich will erstmal eine Anmord machen. Ja, eine Anmord ist das mal alles besser, oder? Und vielleicht nach der Anmord, nur wenn ihr Zeit und Lust findet, wieder benehmen, aber wie gesagt... Hat er keine Not, ne? Nach der Anmord machen wir erst mal eine Anmord. Ja. Und nach der Anmord machen wir noch mal eine Probe-Anmord, ob die Anmord die erst wirklich gut war, sonst machen wir noch mal eine Extra-Anmord. Ja, müssen wir uns auch erst mal überlegen, ob wir uns die 200 Gold überhaupt wert sind. Na, ich schau, die haben wir zehnmal wiederbelebt. Ich kann drei gleichzeitig töten. Wer lässt dich dreimal töten? Das ist der Unterschied. Meine Fresse. Aber nee, macht ruhig. Macht ruhig. Ich liege hier bequem. Alles gut. Ich habe Sand unter mir. Ja, keine Gegner um mich herum, ist doch nice. Ja, sind wir. Hallihallo! Liehst du da eigentlich auf den Stein, oder? Nee, ich bin komplett besandet. Also, ich würde dir wünschen, dass du da noch einen Stein unter dem Arsch hast. Ja, so ein richtig schöner Spitzer, meinst du? Piler Quatsch. Piler Quatsch? Nein, theoretisch dürfte ich nicht reingehen, aber... Ah, ist okay, ich komme mit rein. Wer ist das denn? Na, weil ich tot bin. Wie soll ich da im Gespräch dabei sein? Man hat die Kusche jetzt... Wie war derzeit, sieht cool aus, als du? Finde ich nicht. Oh, doch. Der Monockel macht das. Ich muss ja sagen, ich finde die Krampfaderin Piler aus der Sicht sehr sexy. Ich würde die auch gerne streichen und ein bisschen ablecken, ehrlich gesagt. Einfach mal ein bisschen erkennen, denn, hallo Krampfaderin, wie geht's euch? Ich mag dein Milchbad. Das ist leider kein Milchbad. Das ist noch von letzter Nacht übrig geblieben. Das wäre etwa Kornfleck. Ja, genau, etwa ein Kornfleck. Sag mal so. Ich mache mir immer meinen eigenen Joghurt, weißt du? Naturjoghurt, griechischer Art. Da hat er noch eine Pfanne ausgeschlägt. Das ist noch dringend, Alex. Ich habe noch ja nicht gelesen. Na, lies doch mal. Nee. Achso, soll ich vorlesen? Aus dem Weg. Wenn ihr ihn beschützt, wird Umberle euch erschlingen. Ja, das nehme ich. Ich bin mir ein Teil, habe gesagt, ich dachte nicht so, dass ihr diesen Mann hinrichtet. Warum nicht? David sagt so, ihr begreift das nicht. Er war wie viel aus Zerstörung im Hafenfach unwohrtlich. Nicht fanden so. Kann ich mal richtig vorlesen, ne Idiot. Au, au, emotional gesehen, au. Tja, keine Ahnung. Er gehört euch. Wer denn jetzt eigentlich? Na, Peter, der war ein Zwerg. Der mit dem Monuckel. Der cooler ist als du. Nee, komm, wir sagen die Wahrheit. Er vergreift. Was ist die Wahrheit? Weißt du? Ja, okay. Boah. Jetzt nächste Eure Lügen, weiter euch nicht retten. Wir haben gelogen. Was war ein... Mann, wenn ihr uns sowieso nicht glaubt, dann können wir doch alles erzählen. Nee, nee, nee. Nicht in Richtung der Tötenfallbracht. Schiller, wie sie weg. Guck mal, wie sie auch schon aussieht. Naja, du nicht. Geil, ja, gleich ein Schiff. So, gefällt mir das Spiel. Stimmt. Oh, du bist schon gerade dabei. Ey, komm nach oben. Was machen die hier? Die ist nicht auf der Ecke rumgeklettern, grad. Wir können auch nochmal neu laden, oder? Voll perplex. Flutsch. Aber mich wiederum geht der eh nicht. Dunkelbrecher. Ich müsste jetzt raus aus dieser ganzen Zweiße da. Ich muss mich erst mal umgucken. Warum greifen die uns jetzt allein? Sollte nicht. Das ist die Bitch. Ja, das ist ein Deuter. Blitz sollte man nicht anwenden. Was sagt die hier hinten? Also, ich kann auf deren Attentat verüben. Das ist auch Blitz. Ich glaub nicht, dass du's kannst. Doch, granik. Ich glaub, du lügst um Aufmerksamkeit zu erregen. Wollen wir die Olle erst töten? Also, ich könnte wahrscheinlich eine töten, oder der 92er richtig viel Schaden machen. Was wollt ihr? Nur ein Kill ist ja lächerlich. Ja, auch nochmal, okay. Das sind alles so mehr oder weniger die gleichen. Habt der 92er Schaden, weil dann... Äh, jo. Wer fängt dann an? Na, ich muss anfangen. Na, die Geister können ja auch handeln. Sollen wir die auch mit angreifen, oder? Ich würd die 92er erst umhauen. Wer weiß, was sie kann. Ja, Wotter. Guck er gerade. Wente, irgendwas kommt bei Schlingen. Und jemanden, also, kann sein, dass die irgendwas spawnt, oder so. Wir sind jetzt natürlich genau Blitz, ne? Das ist scheiße. Oh, so viel Schaden hab ich leider nicht gemacht. War kein Crit. Dann kannst du so ein Mal angreifen, oder so versuche ich das. Äh, versuch du erstmal dein Glück. Guck mir erstmal, David Moth. Danach kann ich mich noch bewegen, wahrscheinlich. Du kannst nur einmal angreifen. Äh, nee, Call of Duty Modern Warfare jetzt auch immer nicht. Äh, wir haben mal Warzone gespielt. Der Schachschau, den spielt noch ab und an den Zombie-Modus. Oder Alex? Ja. Wenn der Mond günstig steht, sieht man Schauline im Zombie-Mode. Überleben. So. Aber schön, dass du da bist. Ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Gehe ich jetzt einfach im Nahkampf, oder doch nicht? Danke, das ist die größte Verteidigung. Okay, nochmal hier. Einfach aus Schaltschaden, fertig, ist der Lack. Ich kann mich hier rüber tun, mit mir. Dann gehe ich hier auf die anderen Welt noch. Ja. Ja, na, haust du die weg. Die drei da. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich bin Air Warzone, also der normale... Ja, ich wollte mehr Spieler-Modus sagen, ähm... Der normale, äh... Hast du Lohn, die angreift oder greife ich an? Du wirst schon, warte ich meine. Na, lucky. Noch zwei L. Aber jetzt kannst du doch nochmal angreifen, ne? Ähm... Naja, ich hab keine Bewegungsrate mehr, das ist das Problem. Der normale Multiplayer, ey. Hat lange gedauert. Ah, Multiplayer ist ja auch nur mehr Spieler, dicker. Ja, aber ich glaube, so... So sagt man dazu. Umgangssprache, oder? Ja, genau. Wir fallen von Kriecherschleim. Ist hier lebend und vergiftet. Du bist so cool. Ja, man. So, Jules, äh, Paila. Hause weg. Ja, ich... Mein Schaschaolin, zum Beispiel, der zockt auch, äh... Gerade wieder Counter-Strike. So ein bisschen, ne? Ich hab für jeden Teil. Guckt mir auch gerne mal zu. Aber zur Zeit bin ich dabei, äh, umzustellen von Twitch auf YouTube. Deswegen, äh, streame ich gerade nicht. Und, äh, muss mal gucken, wie ich das da alles so einstelle. Einer macht. Aber wenn ich's hingekriegt hab, dass ich auf YouTube streamen kann, dann, äh, folgen da auch, äh, Call of Duty und Counter-Strike wahrscheinlich. Das Risiko. Woohoo! Woohoo! Hat dir reicht. Nice. Wie viele Gegner sind eigentlich noch da rum? Dann stelle ich mich mal lieber vor den... Sind es auf vier Gegner oder auf fünf? Fünf. Okay. Mach mal Hände. Wir müssen richtig unnötig gerade. Uh, ha. Wie das fünfte Rad an dem Motorrad, was weiß ich mal so richtig unnötig. Und das ist, glaube ich, auch das, was alle mal gemacht haben. Alter. Da ist ein Wasserelementar. Ja, da sind wir, sind der Herd. Online-Multipleer-mäßig. Seiner von uns? Nee, immer so leben noch weiter. Ah, der hat auch irgendwas geschworen. Okay, wir müssen die, die Typen da töten, die... Dunkelbrecher, oder? Also Magierköln, ja. Boom! Oder was sollen die darstellen? Ich glaube, hat jemanden weggekillert, oder? Ich habe einen Zauber unterbrochen, Alter. Weil ich krass bin. Heftig, heftig, deftig, Dicker. Na, oder? Haben die auf Jusen eingeschlagen? Nee, den Zwerg, der ist fast tot. Jusen, ich bin doch ja nicht bei euch. Ja, ich bin doch gar nicht bei euch. Wissen wir. Ja, ist okay. Vergehst du's bitte nicht. Ach, scheiße. Herr Paila, ich kann die vor dir vielleicht weghauen, oder? Wie sind sich die denn auf? Nee, von wem wurden die dann gespawnt? Na, von der vor dir steht. Von dem, na. Danke. Und von der da, glaube ich, oder? Dunkelbrecher. Ähm, die war ja wieder gegen Blitz. Also, kann ich eigentlich wieder die Standardattacke lieber machen. 17 ist okay. Ähm, warte mal. Hier war doch noch irgendwo fliegen. Nee. Äh, wie stelle ich mich da am cleversten Weg? Zwischen komme ich nicht. Na, dann rückseite sichern. Argen, wie rum dreh ich mich? Ach, scheiß drauf. Der kann einstecken. Jetzt sag ich, ich komme ja nicht um die Ecke. Du kommst zwar nicht um die Ecke. So, weil ich das nicht... David ist eingekeilt. David, geh doch jetzt mal um die Ecke. Äh, ich muss mal hier drehen, zack. Jetzt kann ich die anfliegen. David ist jetzt wieder... David, dreh dich doch mal und geh um die Ecke. Was ist los? David und seine Ecken. Ja. Immer diese Ecken, ey. Überall. Das ist eine Kryptonite. Wer von beiden soll ich denn jetzt angreifen? Äh, na die... Mit... Oder ich mach ne Täuschungspest. Die kann danach angreifen. Ne, haut, ruft da. Sonst ist der Wasserelementar noch so lange da. Auch rauf da, Mann. Machst du weg. Mach doch mal weg jetzt. Machst du weg jetzt. Siehst du, da ist er weg, der Wasserelementar. Sehr wie Zebra. Wisch und weg, Dicker. Hm, vier Schlag. So, von dem Ding will ich keine gewischt kriegen. Hm. Boah, schau zu ab. Flüchtet. Fisch, kebab. Okay. Geht direkt vor mir. Ähm. Hau so weg. Hat aber... Hau doch mal weg jetzt. Hau so weg. Nein, mach doch jetzt einfach. Machst du weg? Mach doch einfach weg. Okay. Ja, so musst du da, ja. So musst du da, ey. So, musst du da, ey. Kack dich, Mann, ja, Mann. Ich bin nur ein verkacktes Elche. Ich hab keine Angst. Er hat keine Angst. Er hat nur fliegen. Geh ne, Angst. Aber nicht weit. Ja, er kann nicht weit fliegen. Klingen wir einfach bis hier vorne. Aber was da vorne geht. Bis da vorne geht, heißt er. Bis da vorne fliegt. Der ist doch. Das ist tippitoppi, Alter. Ich schlöss dir. Bis da vorne ist halt fliegen. Oh, er steht wieder auf. Er ist doch noch da. Er steht auf. Nix hält ihn am Boden. So gar nix, ne. Sehr schön. Alter. Nein, die hat mich runtergeschubst. Die... Nee. Ich bin toll da. Ich bin ins Wasser gefallen. Das würde ich mal sagen, ist eine Sache für... äh, Strong 1, Alex. Ey. Strong 1. Ich hab das richtig mitgekriegt, ja? Schau, die ist so richtig unnötig gerade im Kampf. Richtig? Hab ich das richtig mitbekommen? Ach, scheiße, Mann. Okay, jetzt steht direkt vor ihr, ne? Treffe ich den Mist, glaube ich nicht, oder? Also mich hat er nicht weggebrochst, Schau, die, weil ich nur mal kurz erwähnt habe. Lecke mich. Ich seh die Chance nicht. Kann sich aber auch einreißen. Ja. Na ja, das Blöde ist halt, die, äh, kriegen keinen, äh, äh, oder ganz wenig Blitzschaden nur, weil die fast da gegen Immun sind. Oder Resistenz. Immun. Ist mir egal, Dreifachschlag haut trotzdem gut rein. Okay. Wenn David das sagt, dann tun wir das. Wenn David das sagt, dann tun wir das. Jetzt sind wir schon zu zweit tot, Alter. Wir sind bei vier Schellen gekriegt und wir haben sie eben berutzelt. Du bist richtig tot tot. Ich bin richtig tot tot. Du bist wasserhelferin. Ja, ne, wasserwenk tot tot. So, kannst du nicht schwimmen, nüt. Komm, wir mal noch was vorweiter. Ja, hab ich. Ich hatte wenigstens auch den epischen Tot. Du bist ja von wasserhelferin. Okay, David. Aber ist nicht schlimm. David, krallt sich die da oben, oder was? Kommst du da ran? Mit deinen Tentackeln of, äh, Pixel. Also, es ist eigentlich Skorpion, bloß die Dinger, die da unten dran sind. Das gibt's beim Skorpion nicht und die Haare oben drauf. Also, quasi haarige Eier. Seine haarigen, klauigen, äh, Tentakel-Eier, ja. Ja, richtige Boy, Junge. Das ist auch ne schöne Definition für die Dinger. Ah, shit, die wurde hinter mir teleportiert. Naja, geil. Und jetzt, David. Und jetzt. Was tust du? Hause weg. Ich bin durch. Hause weg. Mann, komm doch mal weg jetzt. Kann nix mehr machen. Mann, jetzt machst du doch mal Trott, Junge. Ja, das ist ja ein Russer. Boah, pure Enttäuschung, pure Enttäuschung. Mann, Mann, Mann. Die war zu weit weg, das war das. Die war zu weit weg. Ausreden hast du. Immer am Parat, Alter. Aber Lösungen nie. Nee, 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 die war zu weit weg. Nee, nicht gegen mich, Schaudin. Gegen David jetzt. Machen wir einen. Hast du die 1 hier, Trolla, da vorne? Wie viel hat die noch? Hier ist noch Einer. Und hier hinten ist noch Einer, die mich runtergeschubst hat. Die muss einen grausamen Tod sterben, auf jeden Fall. Langsam, aber ergiebig. Die da, okay, na, also die ist auf jeden Fall zu weit weg. Die ist ja noch mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Wille, wenn ich den Feuerstrahl suche, naja, was anderes, weil David daneben steht, macht der keinen Sinn? Nö, dann bleibt's wohl der Feuerstrahl. Welchen machen wir an? Der Feuerstrahl. Ganz ein einfachen machen. Machen wir an dreifachen, dann ist er wirklich tot, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück hast. Nee. Aber ey, gut abgelkert. Als ob du was siehst, Junge. Ich war da an deinem Strand mit der Sonne. Ja, die Sonne tut gut. Ich fährt, freu mich über die Pferde. Wow, er kann sich heilen. Ich sehe meine Seele da oben. Ja, da schwebt sie. Aber warum ist deine Seele normal groß? Obwohl du so klein bist. Bist du dir nicht kleiner sein? Ach, hier. Du bist ja so eine kleine Seele. Bei mir müssen irgendwie so ein Riesenfeuerballer ziehen. Ey, warte mal ab, bis du da am Strand so einen Zwerg vorbeitreiben siehst, Alter. Der Riesenschwengel, der kommt genau in deine Sicht. Das ist völlig okay. Das Einzige, was er zu mir sagen würde, ist, ey, hast du ein paar Mark oder Pfand? Dann wäre ich da auch nicht mal in der kleine Punk. Warum tut sie dies? Der kleine Punk sagt er. Ja, ist unser. Und sie geht drauf. Wie sagt der mit dem Nuckel, Alter, war tausendmal cooler als du. Das ist ja auch Monokoli. Das ist ja auch Monokoli. Er ist ja auch Monokoli. Das hat er uns jetzt eigentlich gegeben. Glückwünsche. Dann lootet die mal. Ich kann mit dem Typ nicht quatschen. Weil du das Fibus wahrscheinlich. Ja. Fibus. Keine Kontrolle, tot. so eine karte noch mitnehmen oder so eine seele jetzt eine seele an mein freund kannst du gar nichts gegen mann hätte das doch da auch wieder belegen kann man nicht über die mann er kann mich nur looten hat da geht ein bisschen mehr am besten in ein glas einfangen ja muss schon scheiße sein wenn man nicht mehr zurück kam wo man zu doof ist den weg zu finden weil ich den menschen geholfen habe ich habe mein leben gegeben damit andere weiter leben naja das ist das macht ein held du bist du bist offiziellen du bist offiziellen anti held usen du bist so ein eidbrecher da bin ich nicht mehr doch immer noch nein bin ich nicht habe mich komplett zurück gestutter weil ich kein paladin mehr du bist und bleibst ein eidbrecher du lebst in einer alten vergangenheit die nicht mehr existiert du existierst nicht mehr weiter wie sieht es aus da sind so zwei leute auf dem friedhof die ja mal ins lager irgendwie bevor du da noch zum ort mit den anderen wie ich das so irgendwann soll doch eigentlich nicht mehr aber ich jetzt haben wir alle genutzt glaube ich ja dann kann man mal ab ins lager jetzt lösen bei euch auf auf und davon stream hat ein bisschen geleckt habe ich gesehen ich hoffe es ist nicht schlimm das ist gut ja die das dazu warum leckst du dann immer schon wieder an dein streams am oft daran zu lecken macht ihr denn da in der ahnung die gleiche ich hätte der frage gar nichts wie david ich glaube wird jetzt reicht und hier war am strand stellen ja ich bin dann hoch geht es ist mir erst was geld von alex mobson da genommen das casino für eine halbe stunde das okay okay der alex hat ja kein geld dabei die ist da eine krabbe in den arsch kennt euch schon gibt wieder arbeit für dich mein freund ja david hat geld sehr gut ja meine auferwärten was sollte Bitte zwei zuerst, bitte zwei zuerst Vielleicht wollte ich mich mit ihm erst über was anderes unterhalten Nein Ich hab's mir anders überlegt Da ist meine Seele Meine Seele pulsiert Werde ich auch mal wiederbelebt Ah, jetzt Die Connection hat eine ganze Weile, der dauert hier Von seinem, von Typidummi Ja, ich find das so mies von euch einfach, wirklich Wer nickt denn dafür? Ja, du hast mich als erstes nehmen können Hä, ich hab einfach alle meine Begleiter wiederbelebt Er hat entschieden, wer zuerst wiederbelebt wird Das ist jetzt mich als erstes Doch, doch, bevor du auf alle gegangen wärst Stand dann auch entweder Schaulinten oder ich Der hätte erst mal mich machen können Warum? Aber es ist okay, nee, wir sind alles noch Freunde Alles gut HDDL, ich liebe geht raus Aber auf der Liste steht er jetzt auf jeden Fall Welcher Liste steht? Der hat sich ganz erliebt Das ist doch du Kürzen wurde Sehr nett von dir Na klar, na klar, na klar Warum kann ich denn da nichts verschieben? Ist da vielleicht doch dieses Schloss verschlossen? Nee, eigentlich nicht Oder mach doch mal kurz auf und zu wieder Vielleicht dann Nö, kann nichts verschieben Kann auch nichts im Inventar verschieben Ist ja komisch Voll den Bug gerade Alter, seit 31 Monaten Ist beim Kacken gestorben Schon am Schlüssel Okay Ähm, müssen wir noch irgendwas machen? Kurze Rast? Lange Rast oder so? Wir können zwei kurze machen, wenn ihr wollt Wenn ihr es braucht Ich brauche auch nichts Mir geht es auch erst mal gut Heiler, wie sieht es bei dir aus? Hä? Brauchst du eine kurze oder lange Rast? Eine lange Rast würde ich nicht vorschlagen Aber eine kurze Wir haben zwei kurze noch Aber wir sind ja jetzt alle Mit jedem Fall im Lager Habt man, was ich vielleicht trinken kann Ich schalte ihn schon Du hast ja letztens schon Alle existieren Elixiere gemacht Die man machen konnte Äh, naja, du hast doch noch Ein, der hat im Inventar Ja, einen habe ich noch Da ich ja gestorben bin Ist ja jetzt wieder Den ich vorher natürlich hatte Weg Dann habe ich gar nicht mehr Aber ist okay Ja, sagst du Äh, naja, so Da musst du mal gucken Dass ich noch Dass ich noch ein paar herstelle Oder irgendwo kaufen kann Ne, alle, dude Und zwar Lasse ich's erst mal Mit Bluetooth gottor Und, ich habe jemanden Stuten noch mal angreifen Ne, ist egal Ich kann immer noch Während des Kampfes machen Alles cool, alles cool, alles cool Alles cool, alles cool, alles cool Alles cool, alles cool, alles cool cool Cool, Uncle, mec, вроде Go, 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 code, go, �, go, 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 kupu Gut, ich bin wieder zurück ja ich bin schon an der treppe hier an der treppe zur treppe die treppe zu treme da oben warum kann ich denn hier nicht verschieben kann ich hier was verschieben hat den schwarzhaarigen peter der so ein bisschen aussieht wie wie heißt dieser zauberkünstler aus las vegas der immer so schwarze lange haare hatte hatte man eine schwarze weste an so ein bisschen auf na sowieso seid gar nicht mehr im lager wir sind angeblich bei der treppe obwohl ich eine leiter sehe aber okay muss nach ganz allerdings laufen david und dann hoch und dann bist du mit dem typen hat mir jetzt noch mal gesprochen den war befreit haben und seine leute ja also die wichtigen mir eigentlich irgendwas gegeben aber ich habe es nicht wirklich gehabt vielleicht nicht aufgepasst hat da nicht aufgepasst ich gebe zu bin ich fehlerfrei du bist wieder schon ich habe nur geschlossen wo sind wir jetzt hier so es kann man so auf der anderen seite haben sie angegriffen ja jetzt können wir probieren da drüben vielleicht uns noch mal hin zu schleichen oder so ist sie nicht meinst du hier hinten an die kisten und zu kommen oder was dann geht das nicht doch jetzt geht's ja naja die bei dem boden sind interessante kisten und hier vorne ist aber da laufen seit lang glaube ich ich frage mich ob er eh nicht mit ihm schon verkackt haben weil wir ein paar von seinen wachen platt gemacht haben da wollen wir ja oben links sind begibt wir wollen ja auch sein also macht man noch platt ne hallo wollen wir links hin rette die grund hier begibt sich in die gießerei der stahlwachen da kann man kann kannst du einmal speichern kurz bitte also das ist hier unten wo ich wo ich gerade meinte mit den beiden boten und so links ist weiter links ach das hier aber wenn wir das machen machen wir auf jeden fall noch mehr von den dingen platt hätte den dann hier ist auch egal wie gesagt wir müssen ihn doch eh töten wenn man diesen scheiß stein von ihm haben wollen oder aber das ist ja nicht der das hat der bank ist mir doch egal wer da wer ist da wollen wir erstmal hier rüber alle mann damit war die drei vier kisten die da stehen lernen kann 50 sogar gerade mit schon auf dem weg da kommt noch eine woche einer wo kommt der hier sind ja mehrere bankiers ja ja jetzt bin ich im kampf alter hat er doch so viel lungen junge da kommt darüber jetzt liegst du gleich wieder am wasser da bist du im kampf oder ja er ist jetzt die frage also oder dann kommt noch mehr ich kann es auch durch was du kannst aber der fliegt in die luft also hier kommen eine ganze menge gardisten dann bankwächter und so weiter und dann ist eine sirene die machen die gleich an dann kommen die alle aus der bank noch aus die sirene ist das problem kann man die kaputt machen ich glaube schon der letzte mal sind wir geflüchtet einfach aber wenn wir die sirene kaputt ich gehe mal zum sirene ja mal probieren wenn wir es verkacken können wir immer noch hier sind hier drüben sind überall alarmanlagen also ich sehe mindestens zwei da ist noch eine 323 da ist noch eine vier lage angemacht haben mussten wir auf jeden fall flüchten ja weil das ganze dorf gegen und aber wenn wir erst diese alle haben dann kaputt machen können sie halt keinen nachschub aber ich habe sie noch mehr als sie die übersehen das weiß ich nicht das ist richtig ja dann müsste jeder eine machen wenn wir die vier jetzt hier erst mal noch haben das ist vielleicht vorher ein bisschen besser positionieren da ist jetzt probieren aber jetzt neu dann ist jetzt die frage erst mal ich muss mal gucken komme ich da überhaupt dran an die alarmanlage ich weiß nicht ob ich also ich kann ja mal gucken wie viel schaden liegt da an dem ding mache okay wo auch du kriegst okay da müsste man vielleicht müsste ich halt wirklich nachkampf machen aber soweit kommen die haben stich der die haben stichresistenz halt ziemlich auch noch das stichresistenz nekromantie kannst du vergessen gleißenden schaden gift immun und physischen kannst du vergessen also ich könnte da schön meine feuersachen da hinwerfen das kann ich probieren aber ich kann es jetzt mal kurz probieren ja klar wir können es ja vorher mal probieren bevor war es gleich noch mal noch mal richtig probieren es wird kaum was dran ändern aber wir haben uns schon mal alle hier auf einem fleck und können uns gleich aufteilen alles problem ist dass ich jetzt erst mal nichts machen kann dann warte mal eine runde schnell ist egal nee ich hätte nicht so weit reinsteigen sondern ich hätte da wo ich schon ungefähr auf der höhe ist und dann werfen müssen ich muss auf jeden fall auch erst einmal wäre ich wegen außerhalb des kampfes da ich wenigstens noch nicht alarm nein ich komme dass ich ja der kommt schon der macht er macht jetzt schon alarm ja jetzt ist alarm und jetzt kommen sie alle bis jetzt noch kennen aber gut er muss erst mal stehen da dran und bin ich nicht mehr dran ich habe mich doch nur bewegt ja das ist das war zu tief im links drin wärst du noch außerhalb jetzt so eine aktion machen können aber so keine nichts hast du mir schon im kampf dran genau da geht es doch irgendwie kriegen uns ja wirklich alle mit so ich doch aber wie viele sind ja genau wir sehen wenigstens wie viel scheitert es gibt wie gesagt ich habe es jetzt ehrlich gesagt nur zwei gesehen 4 dann guckst von drinnen kommen sie auch schon naja soll ich ja nicht und da hat gar nichts gesehen alter user hat aber schon damit schickte alt ist cool leute alles gut beruhigt euch naja durch zwei stahlwächter und die komischen gardisten auch ich habe schon mal mehr ich habe gemacht das schon ich glaube an die alarmanlage soja pilot gut schaden gemacht ich könnte noch mal mehr werden ja mach mal bitte ich bin mal wissen ob die jetzt kaputt geht und ob das was bringt oder meinst ob die dann alle abhauen er hätte der geht man nicht aber vielleicht explodiert ja auch und haut den anderen ins wasser jemand wird also werfen kann ich jetzt anscheinend nicht mehr ich kann nur einmal pro ohne werfen aber ich kann noch ein schießen ist auch gut so gut können sie nicht benutzt ja aber brauchen sie auch nicht ist ja schon einer benutzt ja ja aber ich meinte nur das heißt wenn wir es einmal runter macht da passiert jetzt nicht viel denn ist wenigstens weniger naja die frage ist ja wenn wir von hier hinten kommen zum beispiel neuladen ja kannst du neuladen die frage ist ja aber wir können noch kurz analysieren wenn wir erst mal rüber wer geht links dann wer geht rechts lang also wir könnten müssten hier oben jetzt gleich sowieso feiten weil wir können hier reingehen aber die laufen zwei stahlwächter aber die können wir töten ohne dass die alarm rufen so ich fange den satz jetzt zum fünften mal an wenn wir von hier hinten anfangen hier bei dem boot haben wir beim letzten mal gemacht genau wenn wir schaffen also ich weiß jetzt nicht genau wie das war beim letzten mal wo usen da war aber wenn wir schaffen die beiden die sind ja quasi die beiden die dahin rotieren wenn wir schaffen die beiden zu töten bevor die bei der alarmanlage sind dann haben wir hier glaube ich erst mal ein ruhiges leben auf der ecke und können hier die alarmanlage vielleicht erst mal rausnehmen weil stahlwächter 206 ist schon eine menge sag ich mal ich sag mal wenn wir diesen plan verfolgen die du gesagt hast dann will ich statt die stahlwächter er die annahmen erst mal angreifen da kann man ja trotzdem von da das ist ja ich würde nur die andere strategie ein bisschen nur ändern aber derselbe standpunkt derselbe startpunkt sein letzterer die letzte alarmanlage 70 meter weit weg man muss erst die alarmanlagen kaputt machen und dann gucken ob wir überhaupt wenn wir das geschafft haben immer ganz kurz mal die einer mal lang an pink bitte ich sehe es echt hier hätte ich nur seine hat da okay da war ich noch gar nicht und da ist auch einer okay wir sind also okay die an dem steg hattest du bestimmt gott oder alex ja genau okay wir sind die aufteilung ich für zwei gruppen machen wenn wir alle aus der selben gruppe angreifen naja die frage ist ja wir müssen ja so angreifen dass quasi nur die beiden jetzt erstmal hier aggro auf uns haben also der da und der da ja weil wenn die anderen mit dazu kommen dann machen die einfach um die alarmanlage und dann sind dann ist kacke ja aber ich glaube wenn spätestens wenn der in die luft fliegt der dicke denn sind die alle da die alarmanlage hat ja auch kaputt machen ja haben wir doch schon einige noch hat auch herz zu probieren dafür hast du den letzten zehn minuten überhaupt ein bisschen zuhört ich kämpfe gerade auch gegen zwei stahlwächter okay okay wie gesagt hier kann man über den zaun springen in diese stahlwächter fabrik ist das glaube ich aber da laufen so zwei rum aber den kann man nicht richtig aus dem was anderes machen aber ich glaube du bist doch ziemlich weit weg ja ich würde die idee um unsichtbar zu machen und hat die quest vorher machen wirst du jetzt ja du bist ja komplett woanders david ich wollte ja oben bei der quest gucken aber was war ihr wollt jetzt nur an die ruhen ran deswegen legt ihr euch jetzt mit dem ganzen dorf an oder wofür aber wenn du oben zur quest bist verstehe ich nicht was du da unten machst ey hier oben ist doch eine quest bei mir naja gehst du rein der aber du bist da der stahlwache ja und ich bin hier gerade rüber gesprungen über den zaun okay vielleicht sehe ich das auf der karte gerade nicht so gut achso naja ich weiß nicht ob es bei dir aufgedeckt ist ich frage mich jetzt halt gerade nur was ihr da hinten wollt da waren doch jetzt nur truhen oder nicht na genau ey digga man wir haben doch vorher kommuniziert miteinander ich verstehe jetzt nicht was denn noch die frage ist ich habe gefragt wollen wir da hin oder nicht alle sagen erst mal ja dann geht man gucken und dann wird gefragt warum wir das machen nee ich habe doch vorher gesagt ich gehe hier zum grauen hafen bei der quest gucken ja aber davor hat eigentlich auch den schon so ein bisschen angestoßen dass wir eigentlich das gruppe das jetzt machen ich und paja sind auf dieses ich wusste nicht dass du jetzt da auch diesen einzelnen weg geht ja ist egal lad erst mal neu ja also wir müssen ja da auch nicht hin ist ja wurscht ich wollte nur sicherstellen dass das wirklich ja nur zwei drei tun waren wo jetzt hinbeut oder ob der jetzt noch irgendwas anderes ist aber an vier fünf ton sag ich mal noch mehr wir wollten gucken ob wir die halt alle sneaky weg gelangen können dass wir uns den loot einpacken so weiter planen so dass wir auch dieser namen lang so ein bisschen feuer ausschalten bevor sie betätigen können so das war jetzt in angriff mir machen wir das ok cool das ist doch der plan wie gesagt da müssten wir eigentlich hier erst mal wieder zurücklaufen kann ich nicht andersrum laufen die die menschen laufen von mir weg es gibt kein portal weg hatte wenn wir nicht darüber und hier kann doch vom vom kontor laufen kann auch von vornherein laufen da haben wir als gleiche problemlos andersrum obwohl das vielleicht eine bessere ausgangslage sein kann es aber die frage ob sie uns durchs tor laufen lassen hier sieht man jetzt nichts doch vor dem fall so von boot zu boot ganz außen mal lang zu gehen oder probier mal ja ach das ist außen von der bank ja also es geht auf jeden fall man kann hier vom boot zu boot springen aber dann kommst du vielleicht gleich ins gespräch mit dem typen hat funktioniert jetzt kann ich hier erstmal auf euch warten weil hier hinten ist erstmal keine kann ich also ich kann leider nicht liegen und ich würde mich jetzt eigentlich verwandeln was jetzt los wer ist jetzt im kampf ich stand doch nur hier ich wollte mal vorne mit der kamera in die banken stückchen noch mal gucken ob man unten raus gelaufen kommt so einfach oder nicht ob das einfach gerade durch geht und dann haben die entdeckt aber ist egal wo ich einfach ob ich schon ins geht dann bei dir holt der schon alarm klopft gedrückt er ist ja richtig gut oder kann man mal neu laden warum hat der ist den alarm klopft gedrückt fragt mich ich habe nichts gemacht ich stehe hier vorne bloß krass also ich würde mal sagen wo war das letzte mal gegen die gekämpft haben die wissen jetzt automatisch wenn sie uns sehen auch auf entfernung wir haben ja alles bei denen ausgeräumt vielleicht ich nehme die uns das übel naja ist ja nicht gleich dass ich das überall rum gesprochen hat also das heißt wir müssen gegen die kämpfe wenn wir da ran wollen ja ich hatte jetzt erstmal die wachen vielleicht ausgeschalten ja das war erst mal zu dem boot wo ich verdienen erstmal hin will ja ich kann aber nicht fliegen sonst müsste ich mich zurück verwandeln aber du kannst doch springen und zwar gut springen kannst du nicht von boot zu boot einfach springen kannst du auch teleportieren oder nicht oder so ja ich kann nur teleportieren wenn ich jemanden mitnehme und der schaden bekommt na gut dann nimmst du mich halt mit der nehme ich schaden mein gott schön ich bin eingeschlossen und der t-pose was wieso wo bist du dann eigentlich schlossen halex hat auch eine t-pose und ist einfach durch die tür durch ich bin aber schon wieder um dein overlay warte 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 wie sehe ich aus warum ist das wichtig alter wir sind hier in einem verbotenen gebiet der mag uns allgemein halt nicht warum wissen Anthrop bin generäseits woladı er schön irra und sagen muss noch mal raus laden und nochmal renen geräum Oh. Ey, wir sind jetzt ein bisschen weggefallen. Was kannst du nicht? Kann ich dich nicht mitnehmen, du wirst von mir benötigt. Warte, achso. Achso, könnten wir den vielleicht von hier aus jetzt mit Fernkampftüten? Vielleicht, aber der hat auch, glaub ich, heil und boh. Naja, ist ja erstmal real. Ist dann aber einer weniger. Ich glaub, eine Runde schaffen wir nicht 206. Ich glaub, das wird nix. Wir haben den Pfeiler mit. Wow, du bist ja weit geflogen jetzt. Wir laden doch eh neu oder nicht. Ja, aber wie weit hättest du denn fliegen können? Du bist daheim oder das? Naja, ja. Nicht bis zum Gegner da vorne? Nee. Nach dir nicht aus, nur weil er einen Codes naht. Naja, das ist ja die... Das ist ja die Frage, ob wir... Äh, ob wir neu laden müssen. Wenn wir von hier drüben gegen die beiden kämpfen, dann, äh... Aktivieren sich momentan nicht die anderen. Na, eben Bankwächter ist schon aktiviert. Ja, aber bis jetzt hat er noch nicht die Alarmanlage aktiviert. Wenn wir den Bank... Wenn wir den Bankwächter jetzt von hier aus töten können, dann ist so in Ordnung. Und dann können wir uns ganz sneaky hier rumschleichen und alle nacheinander killen. Nicht genug Bewegungsrat, das ist doch kacke. Ja, gut, dann würde ich sagen, nochmal neu, da ich gehe mal kurz pinkeln. Oh, weil er muss ja erst mal ankommen. Komisch, cool. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, was macht der jetzt? Kopf auf jeden Fall Bild und Ton und so, stimmt Leute. Und falls einer von den Jungs zu laut, zu leise oder ich bin, sagt er ja auf jeden Fall Bescheid. Der aktivierte Ding, okay. also den müssen wir auf jeden fall innerhalb von einem zug töten irgendwann geben mir die attacken aus da fünf leute mit einem zug töten soll ich glaube dann wird es engel mit ringe fünf leute nicht ein erst mal so fängt es immer an es sieht schon wieder total toll aus der wird eine ganze flotte von denen eine flotte eine flotte otte es ist halt so der lädt jetzt auch gerade gar keine texturen ist ja alles alles blankes holz wieder eine polygon wie sich schön glatt weil er kann das ding sich aktivieren ist ja aber also noch mal raus also noch mal sonst muss die session mal komplett neu gestartet werden denke ich david wäre vielleicht doch eine idee wenn du mit deinen täuschungsbestien da ganz viele täuschungsbestien machst und die da runtergelaufen kommen dann kriegen jedoch alle schaden von den bestien oder nicht ich habe auch gerade festgestellt dass ich meine täuschungs beste die ich erzeuge mit teleportieren kann das heißt ich brauche noch eine erzeugung kann im nächsten zug nicht dann frei bewegen naja siehst du dann könnte es dann könnten wir ja eigentlich auf fernkampf gehen usen kann seine speere da werfen ich kann bogen schießen weil er kann sowieso fernkampf zaubern und du springst die ganze zeit mit der enttäuschungsbestien ein und her dann kriegen die halt schaden die ersten schritte über die boote erst mal wieder oder ich glaube immer noch das hat ein bisschen zeitverschwendung also wer gut der aber wir sind auch alle voll wie gesagt mir ist es egal leute wir müssen es nicht machen wir können auch bei david lang gehen aber es ist schon nicht ohne es denke ich auch aber wenn wir jetzt auch viel tun wie gesagt wir sind auch alle relativ überbelangt schon ich habe halt nur angst wenn wir jetzt da drüben sind das sein würde die tür aufgeht und komplett alle leute dann auch aus der bank raus sein ja dann machen wir jetzt haben wie viele in der bank sind vielleicht sind da draußen ja wesentlich mehr machen wir jetzt dein kram das einzige was mich jetzt mal interessieren würde wenn wir da in die bank noch mal rein laufen ob ob wir da jetzt immer noch feindlich sind in dem sinne der peiler peiler war feindlich da konnte nicht rein aber auch weil wir jetzt hier drüben noch nicht standen haben wenn wir uns jetzt aber ihr wart ja noch nicht im kampf oder war noch nicht im kampf siehst du war die war weiter so bei peiler das sind ja schon sich auf die drüben kämpfen konnte nicht mal vorne bis an die brücke oder bis auf die brücke so richtig laufen also das heißt wir müssen sowieso gegen die bank denn irgendwann kämpfen richtig außer wie wir das andere vielleicht dann ja also ja weiß ja nicht sagt ihr machen wir der wird ein schild mit der zeuge der stahlwachen gehen meinst du vielleicht kriegen wir die schon mal weg oder wird ja genau da meine ich ja dass wir das den stahlwachen schon mal weg sind und dann brauchst du noch den einzelnen töten weil du kannst hier nämlich vorne auf das haus auf springen muss aufpassen oder nicht diese böse wenn du darüber springt natürlich abgespielt aber wenn du wartest also ich hab sogar geschafft rüber zu springen wo der hier hinten war dann ist der nicht gefolgt aber wenn du hier vorne gegen die stahlwache kämpft sagt eigentlich auch niemand was wenn du auf der anderen seite bist und mit meinem luftelement habe ich das fiege fast alleine platt gemacht aber probieren wir sind gerade zu dritt ist ja nur einer hinten um der ecke ist noch einer eigentlich müssen wir rechts durch die tür oder was man kann man kann hinten rüber gehen also hinten kann man noch lang da wo der rad lang läuft die gleise lang oder das nach hinten links können wir lang obwohl wir könnten ich weiß nicht ob der ist halt eine schwierige tür außer alles kann ich nicht vergessen anzumachen so besser oder so ich halte die stahlwache was wir haben so angefangen lassen hat diesmal aus wenn man gewinnt ein bisschen dollar den green screen dann sieht dass du bist du hallo 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 ist es ja ich bin noch drin ok ich bin auch aus vielleicht müssen wir mal alle raus und der muss mal rein und dann gehen wir alle wieder nach baby 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 also hast jetzt feiern der was das das sah nicht ordentlich aus gerade wieder mal dein ganzes spiel sieht ganz schön komisch aus was soll ich tun david alles andere läuft hier wie jetzt wird es gerade wieder nicht ich habe es aus versehen gedrückt ja man unterstützt wieder deswegen hängt das jetzt bei mir auch ich bin schon aus der lüste rausgekloppt er ist links einfach weg ich bin mal kurz aus dem game raus ich habe auch ein wieder reingeladen ja kann ich ja nicht mal ohne leute rein er wird erst mal aus dem spiel raus ich habe auch wieder neu rein ich habe jetzt einfach mal aus ja ich glaube 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 ich bin zu schalten los weil ihr mal kurz in halbe minute warten muss so machen wir mal ein bisschen musik um baupause um baupause kurze pause gleich sind wir wieder da und hat ihn nur gehört na sehen kann man mich auch nicht und der wie sieht es aus aber ich bin auf damit du bist drinnen nein 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 lade schon wieder richtung hauptmenü umgebaut 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 jetzt bauen wir um vorzeit geraubt oder auch nicht david jetzt bist du bist jetzt drin verstehe ich warum das videochen dazu oben nicht läuft du bist du eigentlich schon im game drinne können wir jetzt laden haben wir dein offizielles go haben wir es oder nicht nicht sag mal ich weiß nicht irgendwie früher war cooler weiß auch nicht irgendwas hat sich verändert willst du drüber reden wir haben es ja schon abgehoben seit du kokst mann warum bin ich denn jetzt schon wieder hier im pilast charakter drinnen danke dir ich stehe drauf wenn du in mir steckst so kann ich mache jetzt einfach mal dimensionstor und geh erstmal darüber cool danke ich stehe hier ok ah 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 Alex wird uns mit deinem charakter machen gar nicht gar nicht gar nicht mach hier ja ich mach hier ja keine unzucht mit irgendjemandem Unzucht, oh la la. David hat zwar nur Unfug gesagt, aber dass du vielleicht Unzucht machst. Ja, perversling. Kriminell bist du. Du steckst also deine kleinen Fingerchen nicht nur in Schlösser, war mein Wisch? Sondern auch in andere kleine Schatzkürchen oder Schatullen. Kannst mir ruhig mal deine Schatulle öffnen, Junge. Ich bin nicht mein Charakter. Was machst du? Ich bin nicht mein Charakter, könnte der wieder was tun. Was ist los? Oh Mann. Immer noch? Junge ist bei mir nur ein Kopf. Ich bin gerade hier... Ja, warte, ich muss mich nochmal wechseln. Junge ist nur ein Kopf. Ich bin auch mal, bitte. So, jetzt geht's mir gut. Ein Kopf, 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 Kopf. Kaila, wie sieht's noch aus? Hast du eine Grafikkarte verachtet? Schon mal geguckt? Bin auch dumm, guck. Vielleicht geht's daran. So sollte das Spiel auf jeden Fall nicht aussehen. Ich weiß ja nicht. Hat ja Retro-Charme dadurch, ja? Und ich komme auch wieder gar nicht raus. Also, da fliegen Leute hinten durch die Gegend in T-Posen. Da war das? Du bist halt noch nicht so alt. Da unten sind auf jeden Fall Leute, mit denen man quatschen kann. Und da gibt's bestimmt wieder einen Kampf. Meinst du, die sind alle sehr freundlich, ja. Naja, ich glaube nicht. Hast du das Tor schon aufgemacht hier, oder wie bist du da hochgekommen? Ach, du bist da hochgekommen, okay. Ja, ich hab'n Tor aufgemacht hier so. Nee, hast du nicht. Du bist hier hochgekommen. Du musst so lügen. So, richtig eingerichtet. Entweder so. Und du war der Große, halt immer ein. Oh, aber einfach der Polett-Chatt mit dem, das fehlt hier unten. Ja, das sind ein paar Leute, das ist so ein quitschig quatschen. Chat, chat. Chat, 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 chat. Einzelne Chat, einzelne Chat. Chat, 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 chat. Ja. Man lernt ja aus. Ähm, so, Treiber. Flupdiwup. Schwuppdiwup. Schwupp, schwuppdiwulilup. Der David hatte natürlich recht. Wart hat er jetzt gesagt? Treiber. Aber so, schon ein bisschen her, 24.1. Ach so, ein Treiber. Ich mach' ich das jede Woche, oder? Ich das letzte Woche wohl, äh, und vorletzte? Vorletzte Woche wohl, ich weiß'n. Treiberabsehung. Das ist crazy, ja. Ja. Danke. Ich hab' bloß trotzdem keine Ahnung, David, warum man das nicht sieht, aber... Sounds hört sich trotzdem. Ah, die Sounds hört man. Einer macht doch mal ein Treiber-Update. Ja, mach' ich doch, Hälfte ist schon. Ich mach' noch mal das Treiber, aber er muss ja schon mal kurz ausmachen, weil... Obwohl, dann kannst du auch Risiko machen und einfach nicht neu starten. Ja, ich probier's einfach erst mal, bevor ich alles neu starten muss. 1, 2, 3, Risiko! Und... 2, 3, Risiko! Genau! Je... Je... Sack! Genau! 2, 1, Risiko! Wir verringern den Po! Wenn du das stückst... Na, bei der Daumenspielung ist es, glaube ich, wichtig. Das sagt der auch zumindest, bei dem ich bin. Aber der macht die ganze Fall, egal. Jusen, das ist kein Arzt. Bei der Darmspielung hast du immer beide Hände auf dem Rücken. Wieso? Der steht in der Gosse mit so einem Schild, da steht drauf, ich bin Arzt. Das ist nur ein Kostüm, Jusen. Da wo du reinjagen bist, die machen da alle mit Kostümen, wisst du? Seine Urkunde war mit Wachsmaßstiften geschrieben, also ich glaube, das ist schon real. Wenn du einen Ball in den Mund nehmen musst, dann ist es ein Doktor-Spiel, Jusen. Aber jetzt wo du es ansprichst, also manche Situationen, da frage ich gerade. In deinem Leben? Nee, nur mit dem Doktor. So, Pall, dann machst du nochmal ein Treiber-Update und dann geht es los, oder ist das? Installiert gerade. Also, Pall, ich würde ja ein Treiber-Update machen. Ja, ich glaube, die Zeit ist günstig dafür, ja. Mach ich nicht. Komm schon, dann ist das so wenigstens. Ist das so wenigstens? Ist das so wenigstens? Na gut, hast du recht, hast du recht. Dann fliegt er durch die Luft, ist das okay. Löschert Internet. Bin schon wieder. Yay, zurück in die Steinzeit. Ich muss ja nicht allen Menschen den Arm versauen. In der Steinzeit, okay, okay. Als der Internet uns die letzten 4.000 Jahre geprägt hat. Ja. So, komm schon vom Internet. Wann schon immer die Maschine in der Macht, du hast es nur nicht gemerkt. Ja, ich bin auf dem Beruf, so. Muss man berücksichtigen. Das ist richtig. Ist richtig? Richtig. Gerade, ich geht jetzt auch so schnell. Na gut, Pater, dann würde ich sagen, hast du noch ein Treiber-Update und denke es ab. Geht schon ab. Jetzt geht er ab. Japp, japp, nicht zahlt den am Boden. So ist es. Ich habe gar keine Mucke eingefügt, natürlich. Eieieieiei, halt den Schleifen lassen. Ich glaube, es ist okay. Ich habe immerhin ein OTA-Flip, sorry für... Gut, jetzt gehen wir das dann aus. Da war sie ein Treiber-Update. Es hat funktioniert, wie man es merkt. Ich würde dich so gerne streicheln als Katze, wie ich sie gerade vor mir hier sehe. Lieber David. Aber leider gibt es dir die Funktion streicheln, ey. Guck, wie soll ich das so grimmig an? Das ist doch mal eine Zeige, dass ich dich streicheln möchte. Das ist ein Friedensangebot. Kein Kriegs-, keine Kriegs-, oder kein... Wie heißt das, Kriegsball-Auskram und so. Nee, nee. Frieden, Peace, Harmonie. Ich könnte uns unten in die Mitte teleportieren. Ja, und den? Der war unten in der Mitte teleportiert. Cool. Wow. Was haben wir davon, außer dass wir noch Schaden nehmen? Ich sehe so, als würde es einen Fahrstuhl nach unten geben, obwohl der ist abgeschnitten. Aber wir sehen ihn noch nicht. Ich weiß. Bist du High oder so? Wer? Wäre ich ein Fisch, dann wäre ich gerne ein Delfin. Ich dachte, es ist ja wirklich was. Einer, David! Was ist denn los bei dir? Was ist denn voll Optik und so? War das Optik? Optik-Boom, Dicke. Wir haben alle, obwohl wir mehr Ton mehr brauchen, wir von euch nicht. Okay, die einen sind gegen die anderen und wir brauchen die nicht mehr, also müssen wir die wahrscheinlich beschützen. Gegenüber von euch. Wen wollen wir beschützen? Wollen wir die Schwächeren niederprügeln? Oder wollen wir die Stärkeren niederprügeln? Ich würde sagen, wir schließen uns den Stärkeren an. Zur Abwechslung. Ich würde sagen, damit wir unparteilich sind, beide töten. Alles töten, keine Zeug. Ja, mein Gott. Warum auf eine Seite schlagen, wenn man selber eine neue Seite aufschlagen kann, weißt du? Wir müssen schon gegen die ganze Bank kämpfen. Dann können wir jetzt noch alles töten. Lass mal ne, Pailer ist. Wir töten einfach alles, jetzt. Na okay, von mir aus. Also Pailer ist. Ich hab ne Idee, lass einfach alles töten. Ja, machen wir auch. Ja, nice. Machen wir. Dicke, lass mal alle Platten machen. Also, ich würde vorschlagen, guck mal, wo ich hier oben stehe. Pailer und ich stehen hier oben. David steht da, wo er jetzt steht. Und du, Yusen, du machst so einen epischen Auftritt da durch die Tür. Ja, mein, das ist geil. Da bin ich dabei. Und bevor wir mit den Quatschen einfach angreifen, sagst du. Na ja, genau. Du trittst die Tür ein und dann wirfst du schon deinen Speer und wir machen hier alles... Blähähähähähäh... Da unten ist da nostra Pumpe Lava. Nix wer da für Was sagt David? Hey, lasst mal lieber noch ne Quest annehmen! Ja der hat wieder nichts zu gehört, der will wieder woanders sein,blähähähäh... Preht einfach nicht mal mit euch. Man, Alex, das ist auch nicht der richtige Weg, man. Wir müssen uns in der Mitte treffen. Wir quatschen, du hörst zu und machst das einfach. Mensch, Day wird nicht reden, ist keine Lösung. Warum sehe ich Alex eigentlich nicht? Warum bist du mir unsichtbar? Tja, weil ich sneaky bin. Das ist nämlich unsichtbar gemacht, der Typ. Der ist sich wirklich unsichtbar gemacht. Na klar, der ist einfach Prime, Dicker. Der ist einfach Optimus Prime. Alter, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, siehst du, du musst erst mal richtig die Klub-Ski raufmachen, dann siehst du es auch. Dicker, der Typ ist schlimmer als Freddy Krüger, Alter. Der kommt nicht nur in den Albträumen, sondern auch in den guten Träumen. Der Typ ist einfach nur da. Freddy Krüger war mein Schüler, Junge. Der muss doch mal nachsitzen, weil er zu weich war. Also, wenn ich kritte, könnte ich eintöten. Süüss, süüss. Erzähl jetzt eigentlich nur den Bösen, die Bösen, das Böse von dem Gelb oder Grün? Gelb. Gelb ist böse. Gelb ist böse. Grün würde ich verschonen. Keine Ahnung. Achso, du hast keine Ahnung. Das Ding ist einfach so entschieden. Du hast entschieden an der Farbe, wer böse und wer gut ist. Ja. Die sehen aus, als würden die besseren Loot geben, deswegen. Ich denke, das ist sehr oberflächlich betrachtet. Achso, die mit den meisten Gegenständen sind lootabel. Wie gesagt, der Plan war, ich mach episch das Tor auf, geh rein, werf mein Sperr und mach so viel Scham, wie es geht, oder? Ja. Auf, äh, ich werf für schwarze Hand Yvran. Können wir, können wir, können wir, aber das sind doch die, anscheinend die, die, die Schmiedemeister von, die hier diese Stahlwächter vielleicht helfen, die uns und verraten uns, wie wir die Dinger ausschalten können. Was ja jetzt in unserer Mission ist. Ja, wir warten jetzt erst mal, bis Peiner. Ja, natürlich. Nein, wir machen das jetzt zu dritt. Schaulin aus. Puh, das ist böse. Man macht nicht Pipi auf dem eigenen Teppich, nein. Aber wieso denn nicht? Machst du gerne Pipi? Aber nicht auf den Teppich. Warum denn nicht? Auf dein Pipi. Okay, deal. Das Motiv reicht, okay, ist abgemacht. Machen wir so. Aber nur Pipi, nicht Kacki. Eine Kacki machst du draußen, bitte. Ja. Kacki macht Muffi Muffi bis in der Bude. Kacki mach ich nur in dein Kopfkissen oder in die Heizung. Das ist tatsächlich in Ordnung. Auch legitim und nachvollziehbar. Ich in deinem DVD-Player und dann... Nee, du bist außen vor, David. In jede Seite. Anson, Kacki, kommt mir nicht in den Seifenspender, nein. Sogar ins Batteriefall vom Rauchmelde. Es ist okay. Nee, wir hatten diese Zischhose schon gehabt. Alles gut. Verstehe ich nicht. Aber du komisch bist. Alles komisch. Okay, jetzt werden wir gleich persönlich. Okay, komm wieder runter. Kein Grund gleich laut zu werden. Leute, die sagen, dass andere Leute komisch sind, sind sie komisch. Ich glaube, wir brauchen hier den Durchfall-Mann. 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 Durchfall-Mann, ja. Ich verstehe nicht den Durchfall-Mann. Kennt ihr nicht den Durchfall-Mann? Nee, ich kenne nicht den Durchfall-Mann. Bist du in Not, rettet er dich mit seinem Code? Kenn ich nicht. Ich kenne Mr. Hanky, ja, aber alles andere mit Code kenne ich nicht. Ich kenne nur Motten-Mann. Wer ist denn? Obwohl Motten-Mann, klingt irgendwie ganz cool. Oh Mann, ey, da ist ja eine Bildungslücke. Müsst du mal googeln, Durchfall-Mann. Das ist echt witzig. Bildungslücke. Bildungslücke. Lückenbildung. Lückenbildung. Wir menschen, alle bezahlen, du, Kalter. Das war ein Diss von Charlene direkt ins Face. Nein, Spaß. Liebe geht raus. Ich glaube, das rettet alles. Kannst sagen, was du willst, aber solange am Ende lieber geht raus geht, ist alles okay. Harmonie in the air. So, aus dem Baldur-Skate-Stream ist ein Just Chatting geworden, hallo? Hi. Hallo. Aber so Just Chatting ist es nicht, wir zocken ja nebenbei. Zwar klickt man nur alle halbe Stunde mal ein Feld nach vorne, aber ey. Seid willkommen zum blöde Labern. Game is game. Man kann's ja spielen, wie man möchte. Eigentlich spiel ich so meine Game. Ich klicke, halbe Stunde schön erst mal. Kuss auch mal Zigarette. Läuft das? Hast du, hast du jetzt... Fuck you. Hast du jetzt, aber gedacht, du hast dich versprochen, ne? Deswegen hast du mit Zigarette nochmal angefangen. Ich hab so ein neues Stoffgerät, deswegen war ich jetzt so, ob ich jetzt über die Marke sah. Aber nee, Stoffgerät ist besser. Jungs, du sollst doch meine Schlafzimmer-Kosenamen nicht hier im Stream sagen. Das ist ein süßer-Kosename, ja. Mit dem kann man grücheln, ja. Ey, mein Stoffgerät. Lopp dich mal schön auf, mhm, guck, wie ich dich befülle. Und jetzt, zack, zack, ja. Ja, durchgeschobener. Ja, mir, ja, weiter, 1a, güte, klasse, 1. Gib ihm die volle Ladung. Lad noch mal nach. Picsics. Okay, Pallorus. Pallorus, machst du nochmal kurz den Treiberabdeckung, geht's los, oder was? Hab schon drei gemacht, ich hoffe, reicht. Okay, cool, 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 cool. We waiting for you, bin im Hauptmanen. Willst du auch nochmal das Spiel updaten? Ja, mach dir, hast du Steamer vorher geöffnet? Digga, ich hab doch gerade alles neu gestartet. Vielleicht machst du erstmal nochmal ein Treiberabdeckung. Hast du Steamer vorher gestartet, bevor du Baldor's geht, wer Update? Guck mal nach dem Treiberabdeckung. Ja, natürlich, ich öffne Baldor's geht immer über Steamer. Okay, das wusste ich doch nicht. Wie, nicht über Yuppie? Okay, krass, okay. Ich hab einen eigenen Ordner auf dem Desktop, wo zwar die Game-Dinger drin sind, aber ich mach das halt immer über Steam. Nice, 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 nice. Immer. Es ist nice, Digga. Ach so, Digga, komm mal lieber nach Treiberabdeckung. Vielleicht gucken wir da nochmal lieber nach. Ein Windows-Update muss ich nur machen. Ja, okay, das wäre auch wichtig, ja. Vielleicht machst du mal ein Bildschirm-Update. Oder mach mal ein Findus-Update. Das kann nur David. Ja, stimmt. Erster Findus-Beroftragter. Ja, lass dir nicht update. Der ist Wagenlisch kaputt. Den filter ich nur. Der Matakaki, und der ist vorbei. Der hat den Jack-Virus. Ja. Oder den Jack-Pot. Error-Notreund. Immer noch das. Ach so, Alt-F4, okay, ich verstehe. Nee, ist nicht. Da gibt's ja gar keinen Sinn. Wieso? Was ist dieses Alt-F4? Ich drück's mal. Ich glaub, Alt-F4 ist nur für Ü60. Können wir mal zu schnell nochmal sprechen. Ja, klar. Klar, sprecher doch noch die beschissene Lage, in der wir sind. Wieso wärst du schon wieder am Fighten, ey? Doch, mittendrin, ey. Da kriegst du vor dem Tod, sind wir. Noch nicht, aber wir wissen ja, dass wir gegen die Bank auch noch kämpfen müssen. Vielleicht ja nicht, wenn wir die... Die Bank haben wir ja durch. Die Bank haben wir ja schon weggebumst. Nee. Die brauchen wir eigentlich gar nicht wieder zurück. Vielleicht haben wir auch einfach noch viel zu viele Sachen geklaut von denen im Inventar. Ich glaub, wir müssen eigentlich auch mal verkaufen, vielleicht. Ja, deine Schnauze, vielleicht. Ja, du bekommst auch zu übergewichtig. Ja, dann musst du deine Ernährung ändern. Okay, okay. Sag mal persönlich. Okay, ist ja... Weißt du, ganz ehrlich? Du flippst die Karte, dann nehme ich die Uno-Karte rückwärts. Selber getisst. Ich bin Zwerg, ich kann essen, was ich will. Ich bin immer fett. Aber du als Ork? Das Stimme ist, dass du als Zwerg schlimmer ist als ich als Ork. Und deswegen bist du kein Ork, ich bin halb Ork, okay? Orkin. Ich seh auch kein Geschlecht, ich bin halb... Wer hat ein Orkin? Nein, ich bin halb Orkinnen, verstehst du? Okay. Das würden wir dann doch schon... Weil es von innen kommt! Oh, schade, das ist nicht im Stream, ich weiß. Weil es von innen kommt. Ja, ich fand das ein guter Witz. Ich weiß auch nicht, wo es kommt. Ich finde, nein, nein. Ich hab nicht verstanden. Ich bin nicht, weil du doof bist. Okay. Okay. Warte, allen Googler. Heiler! Halberupdate? Durch? Nice! Magst du herkommen? Du musst ein bisschen hin und her springen. David... Das ist noch so ein Stahlsoldat, der... Die Usen ist von seinen Doktorspielen noch ein bisschen benommen. Einfach nicht hinterfragen, was er da macht. Ich mach gar nichts! Ich dachte, ich wäre gesetzt. Die LSS sollte ich mal anmachen, oder David? Die LSS. Die tauschen doch auf Mannsheim aus, oder? Ein Dickqualität. Naja, ausgeglichen. Okay. Mhm, mhm, mhm. Nur noch ein bisschen. Palla, teleportier dich doch einfach mal zu Grauenhaven Docks. Oh, ich komm jetzt erst mal ins Spiel. Ich hab grad noch was umgestellt. So, natürlich, natürlich, natürlich. Schön, dass du Zeit hast zum Umstellen. Egal, ich war schon einmal drin, aber da war ja genau das gleiche wieder. Mhm, 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 mhm. Und wenn ich Pech hab, kann ich nicht spielen. Das wäre ungünstig. Ja, aber wirklich. Das wäre leicht... Warte kurz, warte kurz. Uncool! Verstehe bloß nicht, warum die erste Stunde lang funktioniert und der nicht mehr, aber... Das ist sowieso eine persönliche Sache. Ich glaub, da brauchen wir Technik. Wenn Technik fragst... Ich glaub, es hat sich aufgehangen. Es hat sich aufgehangen, okay. Ah, jetzt hat sich's auch noch aufgehangen. Ich hör keinen Ton mehr und kann nix machen. Ja. Cool, abgestürzt. Gehen Ton, kann nix machen, abgestürzt. Welch mag ich denn die Umgebung nicht? Schön hat Echo. Danke, ich gebe mein Bestes. Du hättest... Echo... Das kann man halt nicht lernen, so. Entweder wirst du dadurch geboren, so... Bist du ein Echo laut? Oder halt nicht nicht. Ich bin halt so ein... Laut laut. Außer. Einmal Teiler ins Lager. Was denn, Schaudinchen? Was würdest du mir denn jetzt sagen? Irgendwas Wichtiges? Halt die Schnauze. Oder quatschst du einfach nur wieder Scheiße. Okay. Zweiteres ist es wohl. Schalalalalalalala, halt die Schnauze. Wow. Sänger wüsst du jetzt auch nicht. Gut, haben wir es auch geklärt. Obwohl hier und da, Offstream, Alter, da kommt ein goldenes Kittchen manchmal zum Vorschein. Ich bin ein Geheuler, lieber Hedfee. Wo hat er das denn ausgepackt? Na, nur zu Hause. Nächster? Du bist ja auch meist zu Hause, wenn du in Discord bist und hier mit uns sagst. Wo wärst du sonst? Na, nicht hier. Wo jetzt? Hä? Ralf? Willst du noch mal wieder in den Spielen? Schaudinchen. Weißt du, wo ich dich kennengelernt habe, aber warst du cool. Jung und voller Elan, so. Was passiert? Willst du drüber reden? Äh, ich bin alt geworden. Okay. Manchmal willst du doch drüber reden, schade. Ja, aber ich bin auf jeden Fall bereit, Alter, für meinen epischen Auftritt. Ich baller die Tür auf. Baller mal auf. Sag dein Moin. Und dein kurzes Gespräch dann so, ja, ich bin der krasseste, dann zeige ich kurz mal, dass ich der krasseste bin. Dein Penis. Angriff. Ne, ich bin deine Frau hier. Ja, ja. Gleich hat kein Penis. Du bist nur halb auf und halb Mensch, bist du auch halb. Ein fremder Penis in meiner Hand, den ich noch nie gesehen habe. Nehmen. Okay, Jusen. Bei deinen Fantasien steige ich manchmal eigentlich nicht mehr in Ruid. Du kommst auf jeden Fall mit Penis, ich bin eine Frau. Du weißt ja nicht, wo du hier auf einmal einen Penis siehst. Ja, aber dass du einen Penis in der Hand nimmst und dann... Ich wollte deine Story verfolgen, Dicker. Ich wollte, dass das, was du sagst, weird ist. Man sagt nur Penis und Jusen denkt sich auch, ich nehme einen Penis in der Hand. Geil. Ne, das meine ich nicht. Ne? Das ist Fui Fui. Fui Fui? Ne. Das machen nur die, die ganz komische Musik hören. Was heißt denn komische Musik? Ne, das möchte ich jetzt nicht definieren. Das hätte ich dir noch angegriffen, hey. Ich muss einen Sackpass gegen die und die Musikrichtung, auch wo es nur ein Scherz ist. Aber du weißt ja, die Menschen wollen lieber Hass sehen, statt Liebe. Deswegen, Liebe geht raus, Leute. Damit Jusen seine Ruhe hat. Liebt euch alle. Ja, damit euch alle gegenseitig lieben. Jusen hat euch lieb. Und schickt Fotos. Ich gebe meine Nummer gerne hier in den Chat, kein Ding. Immer nur Dickpics, weil die ihr will an der Hand halten. Nur im Game. Privat gesehen, würde ich gerne mal andere Fotos haben. Aber sonst, ja, im Game ganz viele davon. Ah, ja. Aber genug von dieser Scheiße. Ich will keine Tür auftreten. Ich esse Gummibärchen. Das ist cool, wenn du erstmal ein Breiber Update machst und dann, let's go. 2 Minuten. 20 Jahre, okay. GTA, 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 GTA. Gucken wir mal, dann sagt. GTA 6? GTA 6, das habe ich nie gezuckt. Das bist du lustig. Wieso kann ich das nicht? Bin ich so doof. Du bist noch nicht draußen, du Nase. Hey, hey, hey. Beschräg mich nicht auf meine Nase, okay? GTA 5 hast du auf jeden Fall gespielt mit mir und Tim. E. T. A. 5? Hm. Hast du schon wieder Zoomania geguckt oder was? So. Mini! Ah? Nee, genau. Kenn ich nicht, kenn ich. Nee, überhaupt nicht. Wie hieß der nochmal, Speed oder Flash? Flash, ne? Apropos Speed. Schöne Stichwort. Okay. Warten, soll jetzt die Kobel an meinem PC ausklappen und noch schneller kobeln oder was? Keine Ahnung, gib den Hamster Koks, den du in deinem Laufwerk drin hast und los, Dicker. Liegt nicht am Laufwerk. Ja, so. Liegt am Hamster, tausch ihn aus, tausch ihn aus. Dachte, Jusen schnupft jetzt heute. Ist deine Festplatte vielleicht voll? Glaube ich nicht. Glauben ist besser als Wissen. Wissen oder Missen? Wir müssen mal Schüsse, Alter. Glauben ist auf die Tour? Okay, okay. Sind sie nicht. Um Wissen zum Dissen. Ich hab fünf Karten auf der Hand. Auf der Hand. Exodia, Dicker. Ach, halt nur 500 MB die Sekunde. Das dauert dann halt ein bisschen bei 140 GB. So, fertig. Ja, Chili, Vanilli, Makilli, Alter, nice. Bu, 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 bu. Hat doch nur eine Dreiviertelstunde gedauert. Dick, die zwei Jahre, mein Gott, die gehen wir zurück. Ja, ist gut, ich kann jetzt von Armbrot essen. Ja, hat man gehört, die ganze Zeit. Leiser Typ. Ja, es ist nice, der geile Typ. Deswegen hat er so rumgestöhnt. Ja. Aber es ist auch ein Rich-Kid, weiß ja. Dass ich seine... Champagne und Cocaine, das ist so dein Frühstück eigentlich. Wieso, ich wollte einfach nicht wie so eine Kartoffel vor dem Rechner sitzen und nichts machen können. Du bist eine Kartoffel vor dem Rechner. Ja, ihr seid bei zwei Kartoffeln. Okay, gut getrisst, okay, da bin ich leise. Du bist da eigentlich nicht. Besser als so eine Zwiebel wie du. Komm rein, dann bist du da. Hey, Zwiebel sind mehr einsetzbar, obwohl die Kartoffeln das richtig sind. Eigentlich war ein Kompliment der Juri Kartoffeln. Ja. Ja, danke fürs Kompliment. Du bist ein toller Mensch. Immer noch Zwiebel. Nee, eine tolle Karkoffel, du bist eine tolle Kartoffel. Die sind aber auch lecker. Schön, ich muss das Spiel immer noch einstellen. Zwiebeln sind lecker, kommt drauf an. Dann kann ich ja noch mal verlaufen. Zwiebeln können kleckern. Kommt auf die Soße an. Kommt drauf an, wie alte sind. Wie sind die kleckern? Ganz alte Zwiebeln, die matschig sind die kleckermelze? Ja, die kleckern, ja. Die kleckern richtig. Ich weiß nicht. Okay, aber weißt du das? Sammelst du die, oder? Anscheinend nicht. Gut, haben wir das auch geklärt? Aber ich finde Knotenbauch, Knoblauch ganz geil. Kennt ihr Knoblauch? Das ist schön für dich. Das ist so eine Frucht, die wächst auf dem Baum. Das sind die gelbe mit den Stacheln? Passt. Das sind die roten ohne Stacheln. Ach so, okay. Also die blauen, pelzigen. Pelzigen. Genau. Passt. Ah, sehr gut. Die gelben, glatten. Oder die grünrunden. Die sind das, genau. Also du hast es schon mal gehört. Ja, habe ich ja. Alles Lauch. Das ist richtig gut zu riechen, finde ich. Meint ihr nicht diese gelblichen Geschwungenen? Nein, 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 nein. Nee, das ist Zucchini. Nee, das sind Banirikars. Weiß auch jeder. Aber die Runden davon sind doch Evocados, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Also über Evocados geht eh nichts. Evocados sind halt Evocados. Ah, diese länglichen Snikers, die sind auch, da mag ich den Kern. Ich mag eher Mara statt Snikers, ehrlich gesagt. Ich mag eher Uranus als Mars. Auch nicht schlecht. Aber Snik-Ass ist auch ganz geil. Sneaky-Ass? Snik-Ass. Oder Skilled-Ass. Skilled-Ass. Du bist schon so ein Schnik-Ass. Dankeschön, ich gebe ein Wendnis. Der sieht trainiert aus, obwohl das nicht ist. Der bleibt nicht hängen und stützt ab. Und es ist alles wieder gut. Alter, was denn da los? Dann gleich stream wieder an. Na, was ist denn da los? Na, was ist denn da los? Du sagst den Jusen. Das funktioniert wieder nach. Grafikkarten-Treibe-Update, das Spiel nochmal repariert und da sind wir wieder, meine Lieben. Wow. Wow. Charlene, abgefacht für immer. Schön, dass ihr da seid. Schaltet ein. Bei S&G präsentieren. So, kann man in den Stream wieder rein? Ja. Super, super. Schön, 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 schön. So, ihr lebt jetzt eine Dreiviertelstunde Spaß und dann gehen wir das alles nochmal durch. Das ist so witzig. Ich höre schon im Hintergrund so. Treiber-Update. Ja, ja, stimmt schon, stimmt schon. Da halten wir jetzt was eingefangen mit euch. Nein, nein, nicht du. Dein Rechner. Du fängst ja doch immer mal einen. Weil du einfach zu großzügig bist. Wie sehr du kein Zuhause, kommen sie mit. Na, okay. Mann. Geh doch einfach dahin. Du musst doch mal eine Küche essen und nicht immer durch die Gegend schmatzen. Ich gehe gleich. Na, Küche ist Junge. Okay, wie gesagt, du musst porten zu Grauer Hafen Docks. Gut, du bist da. Super, jetzt gehst du hier auf das Holzdach. Oh Gott. Ich gehe da auf das Holzdach. Wo ist denn das Holzdach? Ich sehe das gar nicht. Jusen erklärt ihnen den Weg von der Map. Das kann ja nichts werden. Ich sehe es gar nicht, Jusen. Wo ist denn das Holzdach? Ich sehe es nicht. Vielleicht ist das ganz toll, dass du jetzt nochmal ein bisschen extra Zeit in die Verschwendung gibst. Aber magst du hier ganz kurz aufs Dach springen? Nein, ich fliege. Kannst du auch fliegen? Und jetzt achte auf den bösen Moussa Fouca. Ja, das kommt hier rechts durch die Tür. Durch die Tür dann, okay. Genau. Aber jetzt kann er ja nicht sagen. Nee, Petersen denkt sich so, nee, ich sehe nichts. Ich habe meinen Schweren in der Hand. Wenn du über den Zaun kommst, ne? Genau, über den Zauner bist du in seiner Rage, Alter. Da hast du gar keine Chance mehr. Ja, in seiner. Du bist nur ein hellwürdiger Pitbull. In seiner Hot hast du nichts zu suchen. Nee, jetzt bist du drin, Dicker, glaube ich. Der hat dich gesehen. Er hat mich einfach verwechselt. Hat er dich gesehen? Ja. Oh, nee. Ja, ungünstig. Oh, der hat Peiler gesehen. Dann gehe ich mal lieber. Wo bist du jetzt hingegangen? Achso. Wieder vor die Tür. Okay, okay. Dann mach das bitte noch mal. Achte darauf, dass Petersen nicht am Stüßel mein Nissel ist. Geschnell durch die Tür. Nee, der muss um die Ecke sein. Richtig, richtig. Ja, das hätte mir ja mal einer sagen können. Ach, jetzt habe ich mir den Move da unten rausgezogen, ne? Ich bin ein Trottel. Denn spring und renn schnell. Der Peter kommt zurück, Dicker. Ja, müssen wir halt noch mal warten. Dann müssen wir noch mal warten. Aber warte ein bisschen länger als gerade eben. Haben wir ja schon eine Stunde. Caulin, das ist nicht hilfreich. Zwar der Wahrheit entsprechend, aber nicht hilfreich. Den Schreck muss ich gleich mal eine kleine Tüte Gummibärchen essen. Das ist wohl das Mindeste. Mensch, jetzt fliegt er erstmal rüber, bevor du anfängst zu fressen, Junge. Was ist denn da los? Ja, warte kurz. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber jetzt fliegt wirklich, Dicker. Dann hast du die Piste schon. Flatter los, hab Spaß. Sei frei. Und dein Peter auch noch. Der Peter ist auch noch da rum. Ach, du kommst nicht. Ja, okay. Der ist noch draußen. Kannst du Peter rein? Okay. Jetzt machen wir die Tür zu. Dann mach du doch die Tür zu. Ja, ich bin schon dabei, Dicker. Alles cool. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Okay. Gut, gut, gut. Wir sind da. So, du kannst jetzt mal nach rechts laufen zu den anderen Jungs. Die sollen dich weiter betreuen. Ich mach hier gleich einen epischen Auftritt. Ich mach hier gleich einen epischen Auftritt. Papa ist da. Ist so. Geh mal nach rechts jetzt. Geh mal weg jetzt. Das will ich nicht hinter mir haben. Du versuchst die Kamera einstellen. Geh mal weg jetzt. Folgt die Kamera nach rechts, aber geh weg. Nicht angreifen, das ist uncool. Sehr lieb. HDGDL. Liebe geht raus. Okay. Okay, du hast den Buff gemacht. Okay, jetzt geh weg. Geh weg. Leute, bitte ich, wenn wir hier nicht, geh weg. Fui, fui. Ich hab dich nicht mal rechts lang. Man geht doch einfach rechts lang. Geh doch einfach rechts. Hey, kommst du mal klar an. Das hat sich mal gesagt, geh da rechts. Ja, wo sind die Kanäle? Das könnte erst mal machen. Bin noch nicht so lange hier wie ihr. Wo sind eigentlich die anderen? Können die nicht recht sein? Nein, nein. Ich glaube, komm, komm, genau. Genau. Da waren wir. Ich hab da gerade meinen Kreis hin gemacht und der Ping war genau drin, Digga. Claudine? Ja. Dann nimmst du auch nebenbei auf, oder? Ne. Ach, schade, Alter. Trennen wir die beiden mal. Da nehmen wir nebenbei auf. Kommt alle denn die Outtakes? Aber cool, dann guck gleich zu mir, wenn ich die Tür aufmache und da vielleicht komplett verkacke, okay? Ich hab die Doppeltür voll im Blick. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da muss ich gleich nach draußen gucken. Das würde ich gerne auch nochmal extra sehen. Na denn, wir sind dein älter Auftritt, wir warten. Na ja, dann los. Bist du ready? Seid ihr alle ready? Ja, los. Okay, warte. Oh, ich seh gerade, ich hab ein selber Update. Warte, Gott. Warte, warte. Boah, da ist die Tür auf. Ich lauf. Man sieht ihn kaum, leicht verschwommen da hinten. Kommen sie jetzt auch mal rein, oder bleiben sie davor einfach nur still? Ich geh so episch sein, dachte ich. Ein Blinder quatscht mich voll. Guck mal, der hat ne Dornkrone auf. Es ist Jesus. Bei mir ist nicht privat eingestellt, Dika. Nee, das ist einfach nur, weil du ne Kack-Bestie bist. Achso, du bist ne Kack-Bestie. Okay, ich bin im Kampf. Eieieie. Sind die jetzt. Warte, 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 warte. Bevor irgendjemand wartet. Ich bin nicht im Kampf. Ich bin noch nicht im Kampf. Shaolin, Shaolin, guck mich an. Ja. Guck mich an. Ja, ich guck dich an. Du kannst richtig einen auspacken. Damit das Epische noch bleibt. Ich werfe jetzt mein fucking Speer. Na, warte doch mal ganz kurz. Ich werfe gleich mein fucking Speer. Guck bitte, dass du dich an die Grün nicht tötest. Na, ich geh auf die Roten direkt da hinten. Welche sind denn die Grünen? Na, die eigentlich Grüne um andere sind. Also, die, die diese rote, blaue Kutte anhaben, kann ich angreifen, ja? Die ganz kleinen sind die guten. Ja, genau. Ja, genau. Diese großen Wischhäuligen. Die drei, die vorne stehen, die sind böse. Aber der Kleine, der wieder vorne rechts dran ist, ist wieder... Der ist lieb. Der ist lieb. Und der ist lieb. Alle, die so große Wischhäuligen sind lieb. Alle, die so größer sind sind böse. Außer wir. Obwohl, wir mögen Schäuligen auch nicht. Also, wir sind auch gegen ihn. Ich darf auch Schäuligen an. Das ist völlig in Ordnung. Meine, I'm using it maulstopfen. Das versuchen sie alle schon seit Jahren. Geht aber nicht. Ihnen geht aber nicht. Wenn ich bin Bauch nicht nach. Weil es nicht spielt. Ich treff's nicht. Weil er macht seinen Sturm. Mach den Sturm der Vergeltung, dicker. Da muss erst mal ein Treiber-Update machen, weil er eine Strift. Dauert du eine halbe Stunde und dann wird ein Kindermodum. Außer Sichtfeld? Wollen die mich verkack-eiern? Ja. Liegt am Treiber, dicker. Liegt am Treiber. Da musst du, glaube ich, erst mal ein Grafikkarten-Update machen. Ich muss noch mal ein Stück laufen oder so. Geht aber nicht. Vielleicht steht Alex vor dir. Ich schaue nicht nur das Schultz, glaube ich auch, ja. Geh doch mal ein Stück nach rechts. Rechts um. Ah, okay, geht zu David. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauche da halt den richtigen Winkel von da oben, konnte ich nichts machen. 90 Grad sind halt 90 Grad, weißt du, was ich meine? Wusstest du nicht, was ich sonst tun sollte? Boom! Da ist einer tot. Totgekrittet, Junge. Den wollte ich killen. Totgekrittet. Den wollte ich aber killen. Totgekrittet. Ich finde dein Verhalten ziemlich kacke. Ey, ich darf noch mal. Nice. Kann noch mal ihn tot... Der da unten böse? Ja. Meine kann ich... Ja, greif ihn auch von mir aus. Aber geh dann weg da, bitte. Okay. Okay. Kannst du weggehen? Da, der ein komischer Geist da. Bam! Da noch ein Crit. Keine Geist weg, weg. Jetzt hat er nur noch 60. Boop, es leckt da. Soll ich den töten, Alex, der dich angedingst hat? Nö, komm, wir aufspiel. Kein Standbild. Mich hat keiner angedingst. Oh, Mennu. Na, schade. Das Geist ding weg, bitte. Pfeil hat gerade Standbild, hat er da auch gerade gesagt. Ja. Aber der, aber der vorlieg, den Gegner, den ich treffe, ist noch nicht Pfeiler, oder? Sein Vieh. Das dürfte in der Momentar. Das ist so. Ich kann nur jetzt ein anderer übernehmen, oder nicht? Und wenn er raus ist, ja. Bin draußen. David, kannst du den Typ mal kurz wegschicken da, irgendwie? Nö. Du kannst da dein Speer aber sowieso nicht raufwerfen. Die anderen da, die sind alle grün, ne? Ja. Du machst auch... Nee, du machst Flächenschaden. Ich mach keine AOE-Schaden. Natürlich. Mit deinem Speer? Du machst mit deinem Speer AOE-Schaden. Wenn du den wirfst. Okay. Boah, du Vollidiot, ey. Du machst mit deinem Speer AOE-Schaden, wenn du den wirfst. Echt mal. Was bist du denn für ein Vollidiot? Lebst du deine Waffen durch? Hey, hey, hey. Nicht in diesem Ton. Ich bin ein Findley. Ich bin Jute erstmal, dass wir Jusen auch über 100 Stunden dazu gekriegt haben, dass er seinen Charakter mal gut durchdenkt, gedachtdenktet. Ich weiß nicht, ob er gedengelt hat. Ich bin auch gedengelt. Ich weiß nicht, ob Gedanken wirklich am Start waren, aber... Die Gedanken, die er gedacht hat, waren nicht die Gedanken, die er denken wollte. Denkst du das? Ja, das denke ich. Also ich denke das nicht. So, siehst du jetzt das neue Töte, den du töten wolltest. Was ist aus dem rausgekommen? Kannst du das einsetzen? Motivator. Und jetzt erwarte ich nichts anderes als eine Tee-Pose. Ich bin eine Tee-Pose. Hm-mm. Ich habe gerade nur zu wenig Schaden gemacht. Okay, alles gut. Ja, weil du ein Noob bist. Ich bin ja noch lange nicht dran. Ja, äh, sorry, dass ich sie gerade... Ich muss ein Treiber-Update machen. Ich muss jetzt kein paar. Versteckt sich in der Ecke. Versteckt sich. Ich hätte nochmal Taten dran machen können, aber ganz ehrlich, wozu? Ist das ein Idiot? Was, der kann einen Doppelgänger von sich machen. Ist gut. Nee, der hat einen Nebelschritt gemacht, oder? Der ist von der Ente einfach nach vorne gekommen. Ja, ich schau den. Mach dein Drehbuch fertig und mach Enter. Ui. Deva ist hier kommen. Deva? Deva. Die Ware, okay. Deva. Alter. Ach, grüß sein. Heuler, lieber Enfee. Ey, das kann ich auch. Der hat bei mir geklaut, die Sau. Okay, der... David wird eh nicht keult, alter. Der glückliche. Heiler. Ich spiel mich doch, oder? Ach nee, ich spiel dich. Ja, stimmt. Ich spiel mich spielen. Geil überstehen. Ich spiel mich spielen. Und David muss mich spielen und ich muss jetzt ihn spielen, oder? Das ist die Herausforderung. Und let's go. Jetzt bin ich ich. Ah, danke David. Okay, ihr steht ja alle so schön dicht aneinander. Das heißt, ich muss ja wieder mein Feuerstrahl machen. Mach doch den vor dir. Wenn du reinkommst. Dieser schwarze Hand hat mir Holz. Einverdiener. Nice, denn ist der Deva nämlich auch weg. Ja, gut. Okay, ich bin der Katzin. Ja, das sind wir alle. Ja, du stehst ein bisschen im Weg der Himmel. Ich konnte deinen schönen Nacken grad angucken. Wie können wir den Motivator deaktivieren? Was ist das denn? Erstmal muss man da hinkommen, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal tun. Wo kann der überhaupt... Kannst du den nehmen? Nö. Kannst du draufhauen? Nicht genügend Ressourcen, Aktionen. Ja, also ich könnte ihn in der nächsten Runde nehmen, auf jeden Fall. Und dann müssen wir den besiegen, zerstören, kaputt machen. Nö, 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 so. Und dann musst du eine Aktion machen. Ja, muss eine Aktion machen, ja. Der ist halt direkt vor mir, also. Hier hinter stehen, dann trifft mich vielleicht keiner. Dann drehst du dich mal in die richtige Richtung, Fraulein. Danke. Jetzt dreh dich doch mal um, da. Vielleicht nicht um, du. Wieg zu russ. Muss ich den schützen, nö, ne? Ach, Quatsch, Mann. Sollte er doch aushalten, na, der kleine Trollo. Wenn er nicht bereit für den Kampf ist, sollte er nicht hier sein. Ganz einfach. Bam. Okay, kann ich das Ding nehmen? Nee, wird mir als Gegner angezeigt. Hm, müssen wir da töten, oder wat? Okay, wenn ich schon hier stehe, war. Null. Okay. Was ist denn? Ich kann's verwenden. Du kannst was verwenden? Oh. Ich kann es verwenden. Ja, irgendwie überhaupt verwenden. Also nach und auf der Toilette, jedenfalls eine groß gemacht. Das ist die Huse, muss man Klopapier verwenden. Nicht genug Bewillungsrate überladen, okay. Neue Weisheit war. Ich bin leider überladen, deswegen kann ich mich nicht so viel bewegen, leider. Musst du wo weit wegschmeißen. Weil ich dir nicht was ausmüllen. Weil ich darf die anderen an und die könnten es mal versuchen, zu nehmen. Und so ist das mein Plan. Können wir den nicht einfach so ausmüllen, Tanja? Aber ich glaube, wenn er es hier die ganze Zeit rumspielt, kommt er denn nicht wieder? Hast du gerade einen Zwerg rumgebracht? Nee. Nee. Ein Böse noch mehr braucht. Zwerge sind nicht böse. Doch die mögen dich, David. Ich mag die auch. Was wollt ihr tun? Ah, danke. Keine Wurkehene Rücksicht, David. Schade. Er ist riesig. So, Paila, versuch mal, ob du das nehmen kannst. Habe ich doch gerade eben schon. Ging nicht. Ah, nee, da hattest du ja keine Aktion. Du brauchst ja eine Aktion. Ah, jetzt. Oh ja, fünf. Sollte klappen. Plus vier. Neun. Dreizehn. Habe ich. Aber es war, es war, äh, Klose, sagt sie. Du musst Jusen in den Sohne auch aktivieren. Hm. Ob der Jusen das schafft, sehen wir in der nächsten Folge. Ob der Jusen richtig steht, sehen wir, wenn das Licht angeht. Bling. Falsch. Du stirbst. Feuerball, Junge. Und tot. Krit. Alle ein bisschen was abkönnen hier. Abhärtung ist, äh, die beste Härtung. Die beste Verteidigung, ja. Alter, wird aber knappig. Jetzt müssen wir sie aber töten, sonst bringen die da die Typen um. Okay, der ist tot. So, nur noch der Motivator da unten. Kann ich den jetzt hinnehmen? Wenn ich dran bin, dann kann ich ihn nehmen. Ich kann ja mal hinspringen. Ich würfel. Oh, ich hab minus eins. Zehn. Easy. Easy. Musst es auch nur eine fünf, ja. Ja, aber ich hatte minus eins. Okay, das war's. Jetzt hast du einen Teil des Motivators und ich einen Teil des Motivators. Was ist jetzt passiert? Keine Katzi, kein Garten. Wo fanden die alle hin? Achso, die haben Angst vor mir. Warte, ich glaub' mir. Da oben geht's weiter, da kann man auch lang, hier kann man hoch und runter. Und das ist schon leer. Ja, wir gucken mal, was durchs Eis ist vorkommt. Guck mal, da ist immer noch ein Zocker hinter. Ein Kanto. Kanto braucht man immer, oder? Sonst, oben ist auch noch ein Sicherheitsbüro. Also, ich will erst mit dem Verkaufen. Äh, ich bin hier am Kampf, Leute. Bei den Stahlwechern draußen wahrscheinlich. Ja. Okay. Höh, höh. Sind wir auch alle im Kampf? Oh, Alter, jetzt bin ich hier zurückgelaufen. Japp, japp, jetzt sind wir alle im Kampf. Und können wir erwarten, bis sie hier reinkommen. Das ist ja nur einer. Der ist ja direkt vor dem Tor irgendwie festgepackt. Es wäre so cool, wo ich eigentlich jetzt sein kann. Das ist ja auch immer, wo ich jetzt sagen darf. Am Ende. Oh, der andere von der Vorne. Oh, der andere von der Vorne. Okay, jetzt kämpft sie auch gegen den. Ja. Okay. Oh, fuck. Das würde ich mir nicht mal hin. Ja. Ich denke, ich denke auch nicht, nee. Wir hätten mit dem Feuer kratschen können. Wieso wurde Palette gerade... Schuld bist du doch theoretisch eigentlich du. Weil wir in der Rennse immer alle weg. Ich habe die Tür aufgemacht, ja. Aber wenn sie alle nicht weggerannt, hätte ich auch schon mit denen... Vielleicht hätten wir die auch aktivieren können. Weiß ich nicht, haben wir da... Gespeichert haben wir jetzt noch nicht, ne? Nach dem Kampf haben wir nicht gespeichert, ne? Ja, war ja klar. Ihr habt ja auch nichts gesagt. Ach, das ist schon wieder so eine Kack-Session, ey. Wirklich. Ich mag dir eine positive Einstellung. Das ist aber das Geile. Das steckt einfach an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gehirn vibriert. 25. Willst du jetzt hinschießen, Jose? In die Wand? Ja, ich bin noch da, entspann ich. Was ist denn ein Problem? Siehst denn schön schlapp auf der Brust aus? Ich bin nicht schwach auf der Brust. Verhindert Kampfrausch. Dauerhaft. Ja, ist sicher. Na doch kritisch und solltest du... Zu spät. Ist nicht schlimm, sie auch da. Okay, der ist tot. Aber zumindest redet er nicht zu einer Glocke, was schon mal ganz gut ist. Ja, ich glaube, die können die auch nicht aktivieren. Die können noch gar nicht bemmillen. Gut, Peter steht hinter mir. Also, falls du Bock hast, kannst du angreifen, ich hole ihn. Aber mach dir da keine Umstände. Sonst mach ein Picknick. Entspann erst mal. Genieß das Wetter. So labern, Junge. Ich meine nur, keine Hektik und so. So, das ist eine Aktion. Das ist ein Haushaltswerk betrunken, Alter. Nee, das ist genau so. Charakter talkt voll rum. Also, falls du einen Gegner suchst, Shaolin, der ist hinter mir. Mensch, Jusen, ja, ich will es. Entspann dich. Ja, Shaolin, falls du jetzt einen Gegner angreifen willst, hinter mir ist einer. Sind gerade alle ein bisschen voll. Kannst du, Jusen, eigentlich in die Luft springen? Geht denn das überhaupt? Den kann ich ja mal anschleichen. Hast du den? Hört ihr sehen, Alter? Ja, der war gut, der war gut, der war gut, ja. 65. Hä? 75? Plus 7, plus 2. Hm, dann ist schon 65. Gibt die, ist auch down? Ja, der Typ hat es nicht geschafft, wie wir es schon kalkuliert hatten. Ja, kalkuliert, das Wort kenne ich. Alkoholüt? Alkoholütos. Okay, ist doch kacke. Oh, nö. Und der ist auch noch als erster dran. Ja, gut. Ich krieg's nicht schon mit. Ich auch. Kann sein, dass du mich wieder benehmen müsst? Ja. Ich kann den wegschubsen, Neh, wa? Die sind alles so schwach dafür. Ja, bei Kommen ich verpissen. Ich kann auch die Tür zu machen. Das ist, äh, ja. Bringt nicht viel, glaube ich. Kannst du den vielleicht angreifen, dass der nicht explodiert? Schocken oder Leben, das wär geil. 36 oder mehr Schaden musst du machen, David. Oder gefrieren, das wär auch cool. Oder schlafen. Kannst du was machen, damit der nicht da ist? Obwohl, Yuzan ist ja auch noch vor dem dran. Also, Yuzan kann den vielleicht auch noch töten. Und sonst könnt ihr ja vielleicht schon mal da drüben entspringen, zu dem anderen Typen. Okay, der wird kommt hierher gerannt. Okay, noch geiler. Das war gut. Alter, gut mitgedacht. Hat er ja mal ihn ausgepackt. Eirelt, alter. Den retten wir dir ja nicht zugetraut. Der retten noch, alter, krass. 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 Ey, geht noch mal ein bisschen ein Hit. Der macht wieder gar nichts. Hat noch mal ihr hittet ja. Oh, doch. Der retten dann wieder weg. Ein mutiger Typ. Der Typ, weil ich glaube, ich will hinlaufen und einfach nur Alex weg teleportiere. Hahaha. 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 Nice. Jozen, kannst du das auch dahin fliegen? Wohin? Na, einfach wieder hier hinten hinfliegen. Zur Haupttür. Da ist ja der andere. Wenn Paila jetzt noch ein Stück laufen kann. Okay, dann kann er nicht. Zeig mal wohl noch mal. Da, wo ich stehe. Ja, einfach da hinten hin, bitte. Da hinten. In die Richtung. In diese Richtung. So weit, wie du kommst. So weit, wie ich komme. Was ist das für ein Stück? Ah, jetzt funktioniert es auch wieder. Paila jetzt, ich bin, kann ich nicht? Ja, ja. Da kam ich nicht. kann nicht so gut rüber muss ich ganz ehrlich sagen würde ich die daneben scheiße hat mir richtig gut na ja weil ich ja auf jeden fall ich will dass er mich zuerst angreift wir kommen bei mir im kopf erschließt sich die frage so wo ist denn das ende hier wir sind auch schon ziemlich nah dran oder wir machen halt jetzt gerade die ganze zeit neben quest also werden auch die steine glaube ich müsste man gar nicht holen oder das ist doch gar nicht haupt fest könnte man ja auch ohne bänden theoretisch komm ich an den rand sind ja weit gebracht alex bevor man bogen spannt sollte man noch ein pfeil in der hand nehmen ist ja langweilig ja jeder sagt so war ja klar dass er die angreift versuchen zu retten wissen ja ob der sieben schaden vermeiden kannst natürlich kriege ich jetzt dafür es war jedoch nicht weil das macht aus allen schaden ja und wer hat den schaden bekommen keiner doch hier ist nun der luftelemente echt jetzt eigentlich gesehen da war die tür im weg wichtig war auf jeden fall dass er keinen schaden bewegung der wird mutter du musst überladen musst bei eine kleinigkeit rausschmeißen oder kannst du das in der tiergestalt nicht ich mache schon so jetzt muss man das alles aus der sichtweite ist egal ist oder wir gehen auf der anderen seite rechts von dir sind und du darf musst die sichtweite ja so sehen wie dein viel sehen kann ich werde mir die augen aufmachen er kann halt nicht über eine stufe drüber gucken mein freund die größer ist als er hatte der noch mal blitz okay dann hau mal einen blitz raus elektrisiere ihn machen blitz dicker schock ihn ich kann ja noch weg gehen von ihm ein roter feier ein roter feier ist um Das ist schon cool. Nice. 66 ist nicht verkehrt. Da kommen die anderen alle an die Schlichen. Los, Yusen, jetzt mal weg. Richtig, Rinder. 37. Musst nur unter 50 kriegen. Hast du noch Bewegungsrate, Yusen? Wieso? Naja, wenn du ihn jetzt unter 50 haust, dann detoniert er. Du musst auch noch wegrennen können. Oh. Ups. Okay. Gerade so, wa? Nö, ich komme noch ein bisschen weiter. Naja, dann. Ja. Hütti. Dann beenden, dann detoniert er, ja. Denk mal, mein Geist wird leider fehlen. Ja, außer Davies rett er nochmal rein und ist doof. Kann auch sein. Oh, hat's grad zu überlebt. Alter, die Tür ist kaputt hier. So. Also wie gesagt, ich will einfach nochmal mal für kurz verkaufen, Alter. Wird jetzt erstmal mit denen quatschen kurz. Mit denen quatsch mit denen? Pfeilerus vielleicht. Okay. Okay, ich schau den quatsch an. Ah, Augenhöhe. Obwohl er hat keine Augen. Ja, keine Sorge, dicker. Alles cool. Hier haben sie alle rausgeholt. Ihr müsst uns danken. Sie ist doof und naiv, Alter. Doove Kombi. Und ich werde den Rest machen. Aha. Meine liebe Gondians, fliege diese Prisone. Wir bringen diesen Ort herunter. Okay. Der folgt mir jetzt, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen nach unten. Aber wir müssen jetzt da nach hinten, oder? Sieht so aus. Was war mit der Tür hier? Hier liegen noch tausend Sachen. Ich bin überladen, wie gesagt. Deswegen werde ich immer noch für verkaufen. Aber keiner hört mir zu, so. Alter, Stahl. Welcher hat Zweihandschwert. Fuck you. Verkaufen, weil wir dann mal ganz kurz in die andere Welt wieder gehen. Bei bald aufs Geld, deine Nähe. Und dann einfach mal ganz kurz. Verkaufen. Wir sind alle überladen, so. Ich weiß nicht, ob jetzt Looten was bringt. Wenn wir alle uns nur noch kaum bewegen können. Und im Kampf noch weniger können. Ich hab die Usen eigentlich nicht mehr gehört. Der ist ja behindert. Das hier noch was mit Usen ist eigentlich. Leute. Ganz ehrlich. Ich hab euch lieb. Sagt die Usen jetzt ja alles mehr, oder? Aber irgendwann. Aber irgendwann. Der bewegt sich auch nicht. Aber irgendwann ist auch Schluss so. Ich will doch einfach nur verkaufen. Und was bringt das das Looten? Das bringt das ja nichts. Hat er gesagt, dass es um Toilette geht? Ja. Hab ich gesagt. Aber es ist auch schon Stunden her. Ich kreis mich ja schon zusammen. Aber der Tag ist einfach nur weg, Nora. Er muss ja weg sein. Er bewegt sich ja nicht. Boah. Kommt schon gleich wieder. Nee, das ist halt klar. Man hat sich sehr viel behindert. Ich seh sogar, dass ich in Discord nicht lauter gebe. Also fickt euch. Ihr seid so gemein. Ja, ich schreibe mir bei WhatsApp. Da schreibst du zurück, wie kacke du bist. Das muss ich dir nicht machen. Womit gehe ich nicht so langsam? Achso, weil ich überladen bin. Wollen wir vielleicht verkaufen? Ich glaube, wir sollten mal langsam verkaufen gehen. Das ist eine gute Idee, Paul. Ja, finde ich auch. Darf ich mitkommen, auch wenn ihr mich nicht hört? Ist das okay? Bist du, dass du dich mitkommst? Das ist jetzt muss die Frage. Wollen wir denn so machen, dass wir uns den Rest von Alex einstecken, so dass der sich noch besser bewegen kann, damit er zum Händler gehen kann? Ich war doch grüßen, aber das war in der Quatsch eigentlich nicht mit uns. Ja, das stimmt. Wenn wir mit der der Sicht. Ich kann erinnern, bin ich echt verunsichert. Hört ihr mich oder nicht? Wenn ihr beide gleichzeitig still seid, das verrät schon so viel. Kommt schon. Bitte redet mit mir. Wir haben doch eine Rast gemacht. Na gut, wenn ich mit mir rede, kriege ich auch so viel. Ach so, dann ist das nicht so. Dann sind wir uns fett wie ein Paar wird. Haut da rein. Haut da rein, dicker. Na, wenn ihr mich nicht hört, bringt ihr alles nichts. Hallo, hört ihr mich? Ne? Okay, es ist natürlich klappt, wenn ihr mich nicht hört. Wir hören dich. Wir hören dich. Wollen wir jetzt verkaufen oder nicht? Ich bin auch schon da. Hahahaha. Leute, ihr quatscht hier nur Scheiße, Alter. Ich war so wenigstens so spür aufrecht zu halten hier. Warum ist er nicht vorgelaufen, was zu verkaufen, Junge? So 130 Spielstunden und das erste Mal ist er ernst, Alter. Weil ich nicht zum Verkaufen da bin. Aber ich, oder was? Ja! Das war schon die ganze Zeit so. Und das ist immer so, oh, Überraschung. Ich schaue an den Verkauf. Seltsam. Aber voll noch nie gehabt. Crazy. Ne, das kann die Leute. Ne, das kann die Lusen rein. Meine Kinder ist mein Paarverse. Ich wusste nicht sein. Ich wusste nicht sein. Könnt mir euren Kram reinschmeißen. War das übelst viel? War das mit deinem Amulettpeiler hier Zauberkrux Amulett? Zauberplatz Regeneration? Ne, das war nicht richtig. Die Musik dreht er hier gerade langsam wieder auf. Das fühlt mich ja gleich so ein bisschen wieder wie in Herr der Ringe. Bei den Urukais unterwegs war oder so. Die Musik hörst du. Mich hörst du nicht. Schön, schön, schön. Das nimmt uns jetzt übel. Es war mies. Es war unnötig. Ich fand's lustig. Ja. Die sind auch schlicht gestrickt, Alter. Ist klar, dass du dich jetzt amüsant findest. Ich muss mir erst jetzt die Sachen packen. Ja. Der, der beim Flachwitz als Erster die Tränen in den Augen hat, tut jetzt so, als wäre er intelligent, ja. Ich dachte, wirst du okay. Aber Menschen bewusst zu verletzen, finde ich nicht okay. Die haben dich nicht bewusst verletzt. Das war voll unbewusst. Du bist am Arsch, Alter. Siehst du, wer verletzt jetzt wen? Du bist doch super verletzt. Am Arsch, Alter. Komm nicht so. Ist uncool. Du könntest ja auch mal dein Inventar ausräumen und den zu Alex packen. Dann müsste ich das nicht machen. Der Typ ist doch die ganze Zeit voll geladen. Ja, weil ich dauernd was von dir zu ihm rüber packe, wenn er gerade verkauft hat. Aber wenn er voll geladen ist, das mag er nicht so, wenn er gerade verkauft, sagt er. Deswegen warte ich. Bis jetzt hat er nicht rumgeweint, also von daher. Na ja. Na, weil er mit Spastiken wie mit mir klar kommt. Ja, okay. Criusen, mach mal wieder die große Ausnahme, Leute. Criusen, nicht immer die große Ausnahme. Fickt euch. Hey, yoi. Sie mehr einstecken als die anderen, Alter. So weit bist du mit Shaolin, geb ich nur Liebe. Auch zu David. Immer Respekt, Alter. Was kriegst du zurück? Disrespect. Beleidigungen. Verarsche. Ignoranz. Ich werd ignoriert. Das ist kacke. Aber ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ihr seid ignorierend oder ignoranten. Ja, akzeptiert nicht, dass ich lebe. Ihr seid ignoranten. Ja, akzeptiert nicht, dass ich lebe. Ihr seid ignoranten. Ja, von mir aus. Ja, von mir aus. Weißt du, vorhin sagt er noch, er ist der einzige als Spiel hier ein Lauf. Und er ist eher die eingeschnappte Leberwurst. Wirklich mal Usen. Jetzt straff dich. Ich hab eine ganz verrückte Idee. Wie erst wenn ihr immer mehr auf das Spiel konzentriert seid. Jetzt straff dich doch mal, Junge. Ja, erst mal. So. Das ist erstmal, dass die Schaulinen nicht so viel gepickt sehen. Verruf damit, ich bin schon dabei. Okay. Halt, stopp. Jetzt lager ich rum. Mach's ruhig, mach's ruhig, mach's ruhig, mach's ruhig weiter so. Am Ende treffen wir uns bei Baldos Gate. Was für ein Ding? Baldos Gate. Alter, ehrlich, ich hab nie das überhaupt die Klappe so aufreißt. Rundenbasiert meinte ich locker fertig. Ja, genau. Wenn Alex einmal krittet, dann ist vorbei bei dir, du. Nein, der kriegst du nicht hin mit meinem Schein, Alter. Das ist eine ganze extra Barf sind lächerlich gegen mich. Aber meine Barf, schick ihn weg. Meine Barf, schick ihn weg. Gut, also mit dir und der mich jetzt nicht so krass annehmen. Aber da ging ich schon hin, dem mach ich 1 zu 1 rundenbasiert locker fertig. Ob ich Usen auch einfach Personen fesseln machen kann, dass er so gefesselt ist, wie ich das bei den Gegnern mache und wir könnten einfach alle auf ihn einprügeln und wieder Treffer krittet. Nee, wir werden 1 zu 1. Okay, 1 zu 1 gewinne ich auf jeden Fall. Okay, okay. Ziemlich großkotzig, aber okay. Was hast du vor, wenn ihr euch speichert? Wollen wir jetzt die Brücke runtergehen, bitte? Oder seid ihr schon unten? Ich würde eigentlich erst durch die Sicherheitsbüro-Tür gehen wollen. Oder wollen wir erst unten lang? Ich glaube, wir sind schon unten, die beiden. Ihr könntet auch noch kurz warten, bis ich fertig bin. Hier oben ist auch noch eine Tür. Also, hier sind zwei Türen. Eine links, eine rechts. Oh, es ist noch verschlossen hier. Müsst euch doch die Wege knacken erstmal. Ach, guck. Ja, kick mal an. Hat er in einem Ophipal-Store? Na, schau mal. Was ist denn da? Crazy. Ich bin draußen am looten. Herzlichen Glückwunsch. Oh, hier ist ein Klo. Ich kann mich drauf sitzen. Hat es dir doch langsam gelohnt, Alex. Über 6000 schon? Jo. Boah. Boah. Boah, ordentlich war's dabei. Eigentlich habe ich noch Zauber. Von mir ist eigentlich alles flott und so. Kann man aber irgendwas anderes gucken? Kann ich noch was lernen? Nö, kann er nicht. Infernalisches Eisen. Oh. Ja. Jetzt mal durch die Säure. David, du laufst doch erstmal über die Säure und dann mal gegen was passiert. Jozen? Ja. Jozen. Mann, ich hasse dich so sehr gut. Ja, ich hasse dich so sehr gut. Nein, 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 nein. Gleiches noch mit Leuten, wenn man übertreibt. Säure verteilen. Ich habe die Karikler stürmt, Alter. Wenn er stirbt und du nach Hilfe rufst, ich piss auf dich. Ganz einfach. Einfach so. Ich finde dich uncool. Früher warst du besser. Ich weiß nicht, was passiert ist. Du kannst gerne mit mir drüber reden, aber wenn du es nicht willst, dann fick dich. Ich wollte helfen. Helfen, Handfahrt da. Wenn sie abschließt, fick dich. Fick dich. Fick dich. So, ich komme wieder. Alles leer. Ja, wird Zeit, wird Zeit, komm mal her jetzt. Schnauze. Okay, okay. Das ist ein Standpunkt, den muss man akzeptieren. Wir machen ja gleich rundenbasiert, Junge, dann fick ich dich. Egal, 1 gegen 1 bist du lächerlich gegen mich. Komm, rede nicht. Ich meine, ich bin immer mit der Kraft fertig. Komm schon. Ja, 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 ja. Ich kenne mich da von nebenbei. Ja, ja, ja. Du hättest schon in der große Schwert mit dir noch mehr links? Nee, nee. Ich lute hier gar nichts mehr, seit du mir verboten hast, immer was zu luten. So, ich nenne das Riesenschwert mit. Wir haben schon zwei Goldbauern. Mach doch, kannst du hier nicht dran, so lächerlich wie du bist. Nein, ganz ehrlich, David, lass ich zu mir denn erzählen, was mache ich dir auch fertig. Schloss knacken unmöglich. Okay. Ich dachte, du wärst cool. Gut. Lecko mio. Vielleicht müssen wir erstmal hier hinten hin. Hier oben sind ja auch zwei Türen, die ich knacken kann. Dann knack ich doch mal. Meito. Knack dich gleich, Alter. Wie ne Nuss. Ich hab ihn. Knack doch erstmal die Türen. Und dann kicken wir weiter. So. Mal kicken. Ist hier irgendwas feindlich? War das der, warum wir schon unten waren, Dicker. Gondir? Das war ich nicht. Mal hier. Okay. Okay. Dramatik beitet sich aus. Ist ein Hebel. Geht der Tor ist off? Äh. Ja. Nice. Du hast offen. Ja. 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 Das wäre eine ganz andere Frage, finde ich persönlich. Und da würde ich auch meinen Anwalt einschalten. Na das nur's. Das schreit ich mal ein. Ich mach irgendeine Nummer an. Und dann, wenn er sich meldet, dann wird's kritisch. Warte mal, mein Handy klingelt. Usen ist dran. Ja. Peiler? Äh. Ja. Ich brauch mal deinen Anwalt. Ich wollte erst sagen, was davon bist du Anwalt. Seit jetzt. Er hat äh. Seit heute eben gerade. Vor ner Sekunde. Anwalt für Anwalt für Anfänger hat er immer. Hahaha. Ich bin kein Anwalt, aber ich hab Anwälte, mein Freund. Kannst du auch. Ihn willst du dich nicht anlegen, ist ja auch Witze zu machen. Sonst verklage ich dich, bis sie die Schlüppi aus dem Mund raus blitzt. Geil. Im ersten Stüppel, die aus meinem Blitz rausritzt, krieg's eh nicht. So, kommt der jetzt hier hin oder wird's zum Fahrstuhl? Ich warte doch. Ups. Warte jetzt. Peiler ist irgendwo reingerannt. Peiler ist schon wieder im Kampf. Wo ist Peiler jetzt? Hallo jetzt. Jetzt geht. Ne, alles cool. Bleib da. Komm hier. Da wo ich bin. Ich bin einfach durch. Ja. Der ist die Treppe runter durch die Tür. Ja. Sonst wären wir hier unten reingekommen, wo der Fahrstuhl ist. Und jetzt sind wir hier oben reingekommen. Das ist der gleiche Weg. Dann gehen wir jetzt einfach durch den Fahrstuhl hier. Äh. David und ich. Könnt er machen. Dann kommt er da unten raus. Ich komm zu Peiler. Peiler, komm mal her. Die sind hier richtig dran. Warte, 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 warte. Kannst du den Hebel ziehen? Ne, warte, 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 warte. Mann, warum kann ich denn hier nicht richtig mitdrucken? So, jetzt. Der hier rüber. Und meiner ist auch mit drin. Kannst du mal kurz überlegen. Was machen wir denn eigentlich? Sollte ich mit dem erstmal weiter hinten bleiben. Weil wenn der auf die Fräse kriegt, ist er gleich tot. Ich seh den. Ich kann den da nicht anwählen. Kann den aber auch nicht. Ja. Achso. Mach mal halt als gedrückt. Ah, jetzt. Ja. Cool. Okay. Die schnetzeln die hier einfach weg. Die schnetzeln die hier einfach weg. Was geht denn hier unten ab, ey? Jo. Alter, wir haben auf jeden Fall zwei Großzahre. Wollen wir mal eine Etage weiterfahren? Ja, ihr Arschlöcher. Komm, wir fahren wieder hoch. Wir gehen zum Händler. Wir haben genug Geld. Ja, genau. Meine Bande. Wir warten im Lager. Aber ich seh den schon drinnen. Wo seid ihr beide eigentlich? Seh euch nicht. Rechts. Über euch. Ach, da. Okay. Dann kämpft ihr gegen Dieter. Okay. Krasser Scheiß. Alle locker platt. Bloß die anderen überleben nicht. Das ist dann zwar eine andere Geschichte. Aber... Na ja, gucken wir mal. Guck da ran. Was? Nicht genügend Bewegungsraum? Schauen wir mal, meine Lieben. Okay. Und schau den Shit im Fahrstuhl, Alter. Okay. Bist du noch ein Pickling machen, Dicker? Jetzt haben wir dich nächste Woche ab. Ich könnte von hier aus versuchen, so einen Strahl durchzuziehen. Gleich mal gucken. Zieh mal so einen Strahl durch. Wegziehen Strahl durch, Digi. Kannst du die dann nicht von hinten abstechen? Die mit dem Rücken zu dir stehen? Ne, da bin ich leider nicht reingekommen. Von der Bewegungsrate her. Lächerlich. Gucken, ob wir überhaupt hier irgendjemanden Leben draus kriegen. Ich hab so ein bisschen Angst, wenn die Dinger hinten detonieren, dass dann fast alle drauf gehen, wenn die sich beide noch verteilen. Ne Fettpfütze? Wer hat ne Fettpfütze? Ach, okay. Der kleine Petersen da unten. Cool. Die sollte ich aber gleich nutzen, oder? Na, zünd an, das Ding. Zünd an, ja. Wir sind ja beide in demselben Zug. Schimmeruna. Da ist dieser Gondir mit dabei, ne? Ja. Na, komm. Nice. Und er hat nischt abgekriegt. Nö. Aber da kaum wat. Oder nischt. Er hat nischt abgekriegt. Naja, wenn du den Zug vollendest, glaube ich, der nimmt da automatisch keinen Schaden, weil er sich so hinstellt. Alter, wo er da rein. Alex, so ist der Typ, der mit dem gelaufen ist. In Ordnung? Oben geblieben, vielleicht. Wechse abjusen! Wie im Knast, wie früher. Boah, 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 boah. Ne, ich hab Peirons im Knast kennengelernt. Wir sind Knast. Ja, ja, ja. Ja, voll tätowiert hab ich kennengelernt. Wir müssen uns hier nicht wie Sido und Pitaid Blutsbrüder nennen, wir können richtig sagen Knastbrüder, alter. Achso, Weidenhof, Grundschule, Reihe 4, ist klar. Dig, der war eh im Knast. Ja, und? Wir mussten sich immer die Seife teilen. Es gibt so viele Gefängnisse, also Bundeswehr hat auch ein Gefängnis, Leben ist ein Gefängnis, Arbeit ist ein Gefängnis. Sogar dein Grab wird ein Gefängnis sein. Alter, Donnerwohnen. Nicht schlecht. Was nennt man eine Welle? Eine Druckwelle, alles. Opa des Grauens. Machen wir den fertig hier, oder was? Was wollen wir machen? Dominant, oder? Ich würde sagen, du reagierst gar nicht, Paila, weil Jusen und ich haben jetzt schon unsere beiden gemacht. Okay. Dann heben wir deins noch für den anderen auf. Okay. So machen wir die. Ne, ne. Ne, ne. Ein bisschen. Wer ist er jetzt? Ah, der hat noch 55 Leben, das hält er aus. Na okay. Achte, lächerlich. Und dass sie alle zweimal angreifen können, ey, was ist denn? Oh, no. Ja, kann ich doch auch. Ein Griecher, verstehst du? Alter. Okay. Hat so gut gemacht. Ja. Man, New Damage, ja. Ah, halt, äh, Blitzangriffe, ne. Blitz ist bei denen super, deswegen sind unsere, äh, Geister auch grad echt gut. Ich kann bloß nicht in den Nahkampf mit meinem gehen, weil meiner nur noch 14 Leben hat. Hier ist denn... One down! Wer hat ihn noch? Alter, was für ein Sprungangriff, ey. So, jetzt müssen wir aber vielleicht mal ein bisschen was töten da von denen. Der David aus dem Fahrstuhl ist dran, okay? Der David aus dem Fahrstuhl ist dran, ja. Cool. Ah, Usi wichen! Jetzt nicht. Jetzt musst du auch nochmal angreifen können, oder? Hast du auch in die Kill? Na ja, weil... Ich hoffe, wenn ich hier stehe... ...die Nachwürsche... Na, ist ja gut. Mal ne Täuschungsbestie. Achso. Ich hab's hier oben. Ich hab' hier oben. Bittendrin stand nur dabei. Sehr gut. Der nächste down! Das sind doch schon mal ein paar wenige. Alter, er ist einfach da oben auf die Pipeline. Was? Wusste ich gar nicht. Hätten mir auch noch da oben stellen können. Alter, hat dich voll ins Feuer geschubst, der Bastard. Ich hab's gemerkt. Ja, hab ich gemerkt, ja. Ah, ne. Naja, beschützt den Petter nicht. Brauchst du auch nicht. Die hat noch drei Lied. Dann kommt der an und sagt wieder so, hey, helft mir, helft mir hoch. Dann sag ich, ne, fickt euch. Da ist wieder jemand gestorben. Oh, der Jusen war's. Ja, das aus deinem Mund. Das ist schon ein Geist. Ja, der war schon ein richtiger Dislike, wa? Verdammt unnötig. Kannst du mit deinem Luft Elementar irgendwas vertöten? Vertöten? Alter. Versucht. Was kann man denn vertöten? Alter sind wieder so ne Motivatoren. Die müssen wir mal wieder ausknipsen. Ah. Ist der zweite. Einer ist da. Und der andere ist bei mir. Ah, okay. Brauchst du nicht. Wenn du dich beschütztest, ist er tot. Ja, dann ist das auch okay. Shit happens. Einer kann drauf hin. Sind schon zwei tot. Ja, okay. Ich verstehe. Dann werde ich etwas befreed. Das ist auch nicht. Der ist noch mal ein Wow你看. Na, 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 na. nutzen kannst du da noch ein stück nach links gehen wo du den hin schubst hast oder woanders sind heute ich bin überladen womit denn mit meiner liebe okay okay weil ich zu weit weg bin oder was erreicht das oder so viele streitkolben in tasche ich habe schon wieder nicht genügend bewegungsrate das kotzt mich an ich soll ihnen kann es sein dass es sich ein bisschen an kurz dass du nicht genug bewegungsrate hast oder ist es nur optische fehlwahrnehmung du bist eine optische fehlwahrnehmung es geht erst nächste runde was nach dem noch schaden gemacht ordentlich konnte ich eine killt ein bisschen schaden gemacht ich muss sich hinten bleiben was anderes bringt nichts und die beiden du die sind auch schon gut beschäftigt david ist ja auch noch in seiner keilerei zwei so eine dinge bei der bewegter ich wollte diesen motivator aus links naja aber wenn es so eine handlung machst dann schlagen die auch zu dass wir bewegen denn ich habe ja nicht gesehen dass du mich angeholfen sondern braucht wirklich eine aktion dafür alex du kannst den ja hier ausschalten machen wir den david maus ich kann den töten es so naja nee du sollst den motivator da ausschalten ach so dort kann ich vielleicht auch haben brauchst du aber eine aktion für ja das ist in ordnung schon mal dann in richtung anderen motivator geben würde also erst mal die maschinen platz zu machen du sind kümmert sich um die drei vor ihm ok david david mit mir nie platzt ne die würden alle zug schlagen kann ich leider nicht mehr bewegen zack ich geh nicht xp naja ich habe ihn getötet da mit zionischer rückstand also jetzt nur so also nicht nur du alleine schon doch ok naja ist das auch nach oben was sollen das auch war der stelle ich bin nicht verstummt heißt dass ich kann auch nicht raus zaubern alter er ist einfach da ich muss da echt raus sonst kann ich nicht zaubern david du musst nächste runde diese motivator da hinten unbedingt zerstören ne ja war mein plan und du musst den halt bei dir machen ja ja es steht schön in einer reihe dann weiß ich wo ich gleich hingehe den hat es doch jetzt weil da kannst du ein von dem bein irgendwie runterkicken dass ich den fertig war egal als wenn ich so ein riesen typen runterkicken könnte jetzt mach klar man macht auch die drei auf dem boden neben dir genau da müsste ich eigentlich hin wo david jetzt noch das ist das schon auch drei ich komme nicht ganz so weit ich müsste kann mich nur vorhin stellend den einen angreifen anders wird es nichts auch echt jetzt ich habe einen kritischen fehlschlag ich muss noch mal würfeln ich habe sie schafft mich gar nicht mehr bewegen könnte mich den tod kosten da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht so dass du sterbende aus 19 leben also 19 schild aber der würde in die luft gehen wenn ich ihn an haue ich bin weil ich komme erst nächste runde weg oder aber ich glaube er geht der nächste runde hoch oder geht er gleich hoch ja aber erst vor mir dran jetzt stehe ich genau davor aber eigentlich müsste es ja mein schild einfach einmal blocken also ist egal ich bin mal ganz perspekt das gleich wo hat mich ganz gereicht ich bin krieg nächste runde jeden fall noch den hieb ab jetzt ist josen nicht da josen doch gerade gesagt er ist nicht da josen wirst du mal was mit josen david hat ne bombe dabei david hat immer ne bombe dabei ich habe auch verfaulten fisch bei und verfaulte hühner ja klar du bist ja so ne komische reudenkatze was sollst du denn sonst fressen du bist ne reudierkatze verrotteter keseleib aus tiefwasser gesundheit hartschuh ich habe aber noch recht lange dabei ob ich damit einfach irgendwo einknacken kann knack dich mal ein alter ok ist jetzt eigentlich nur bei josen weg ist das ganze spiel im pausenmodus das ist immer das problem wenn du nicht da bist das ich habe dann ich habe dann ich muss die frage wie lange josen braucht bis er wieder hier ist weil sonst würde ich mein frauchen mal fragen wie lange wir machen können dann geh doch jetzt hoch machen oder nicht dann geh doch jetzt hoch immer du musst den motivator ausschalten Ich bin dabei. Komisch, als Panther Team muss ich nicht mal würfeln. Okay, cool. Na ja. Na ja. Ach, schrubsen willst du mich auch noch? Sehr geil. Aber hat er nicht geschafft, Dicker. Top, die Nation trägt mich unten nicht. Ja, aber... Pylorus musst du da auf jeden Fall weg. Also, da wird die Sonne tot. Ja, ich kann ihn. Ich kann ihn noch weg. Das war nicht so schön. Oh. Hm. Hm. Ja. 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 Dienstags bin ich an allem schuld. Ja. Deswegen, es tut mir leid. Und was haben meine Eltern bei der Erziehung falsch gemacht. Es tut mir wirklich leid. Außer wenn ich entschuldige, wenn es Dienstag ist doch klar, dass du entschuldig bist. Ja, deswegen. Muss irgendwo an mir liegen, oder? Oh. Ja. Ja. Und sonst, was habt ihr geplant fürs Wochenende? So... So. Saufen. Sau. Saufen. Nicht die schlechteste Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. wochenende heißt woche ohne ende verstehe ich jetzt so nicht schlecht ich warte ich warte du bist nicht der einzige der wartet ich hab doch gesagt ich bin kurz weg und dann hat es gesagt ich bin kurz weg und dann hast du mir gesagt du bist da du bist jetzt auch mal schnauern wohin denn geh jetzt da mach oder lass es aber heu mir nicht die hohen voll weil das mag ich nicht geht mir gegen den strich also vage es nicht was sagst du schon die dazu ok krasse kommentar kann solle geschichte geschichtsbücher stehen hast du einen schönen tag gehabt lieber schuldigen immer diese antwort jetzt nicht erwartet aber gut da ich kenne war diese antwort noch unwahrscheinlich ich habe gut freut mich hattest du kein schönen tag der war ok du siehst du der war ok ist nicht schön oder sehe ich das falsch ok jetzt kommst du mit der masch wieder haha doch ja ja ok ok du bist denn manchmal ja 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 不cut schau die nur was manBkool was ist denn passiert wird die beulen ja ich mir die beulen ja was denn los mit dir dann zutieren mich halt blows dela Hilfe, die rufen da Hilfe. War so ein bisschen stinkend? Ne, wie gesagt, die Hilfe rufen da am schlimmsten eigentlich. Wie lange braucht er dann, um seine Frau zu fragen, wie lange sie machen? Das ist eine sehr intime Frage, also ich bin auf jeden Fall... Pile hatte einige Anwälte anscheinend, deswegen... Also da würde ich mich auf jeden Fall drum kümmern, so. Ah, okay. Gar nicht. Ziemlich eine private Frage, finde ich auch persönlich so gesehen. Du musst es ja auch nicht beantworten. Also als Zeuge würde ich auch sagen, dass es ja unnötig war, diese Frage zu stellen. Ja, gefühlt haben wir heute eine Stimmmacht. Irgendwie. Na klar, wir haben nur gekämpft eigentlich. Wir sind der Quest nachgekommen. Eigentlich nicht. Na doch. Wir müssen Peter, Ruster und wie raus holen und dann gehts weiter. Schau dir ganz ehrlich, also diese Grundeinstellung gefällt mir grad gar nicht. Was ist denn da los? Kann mir doch eigentlich relativ egal sein, ob es dir gefällt oder nicht. Nee! Nee! Wer es für dieses Spiel wichtig ist, will ich es wissen. So geht mir dein Privatleben kompletter Marsch vorbei. Aber, wenn es ums Spiel geht, will ich wissen, was da abgeht. Ich bin da um zu helfen. Ich geh jetzt aufs Klo. Okay, okay. Erstmal kacken. In eine halbe Stunde Treffer-Update. Und David, wie war so deine Woche bis jetzt? Oh ne, ich leg mich auf die Couch. Okay, okay. Verständlich, nach Vozzibach. So lange du keine Augen tropfen nimmst, ist alles cool. Machst du so gemütlich? Nein, nimm sie nicht. So gemütlich? Nein, hör auf! Mach das nicht. Ich kann eine Decke drüber legen. Nein, nein, nein! Ganz deutscher Weg, bitte David, komm zurück! Komm zurück! Komm zurück an den Rechner! Wer kommt zurück? Oh, da bist du jetzt wieder, ja. Okay, interessant. Ne, aber David wollte sich grad auf die Couch denken, mit Augen tropfen. Habe ich gesagt, nein, komm zurück! Ne, wir wollen doch noch Diablo spielen, David, geht doch nicht. Digga, Paul World, komm schon. Paul World. Ja, nur weil du es nicht magst, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Habe ich auch nie gesagt, dass es schlecht ist. Der hat ein Maul! Finde ich grad ein bisschen uncool, wie du reactest, muss ich ganz ehrlich sagen. Na und? Steck dich einen Finger in den Po und freu dich. Ah, jetzt kommst du auf die Schiene, okay? Ne, Logen. Das ist ein bisschen unnötig und auch ungünstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, mach die Futterluke zu, Junge, was ist denn da los? Futterluke zu, Junge. Ey, Paila, wenn du es Zeit findest, mach nochmal ein Treiber-Update und dann... Okay, mach ich schnell, ja. Hast du den Boss? Ne, du musst weg, ja, mit deinem Charakter erst mal. Ne, der ist noch nicht dran, Decker. Ach so, aber der da unten auf jeden Fall. Kannst du mit dem was machen? Irgendwas cooles? Eben da unten? Der da hinten in der Ecke steht bei David, oder? Je ne, du kennst kenn' ihn. Vielleicht kann ich den da hinten angreifen, aber dann geht der vielleicht auch hoch. Ja genau, den bitte nicht angreifen. Okay, na dann kann ich nur den da hinten machen. Faisig trefft David, oder? Sorry, David. Ne, wir können bis 23 Uhr machen, auf jeden Fall. Okay, wir müssen hier evakuieren. Ja, nee, zurück. Warte, warte. Alter Verwalter. Uh, da nochmal davon gekommen. Diesmal traf ich ihn, De. Ist schon tot. Oder auch nicht. Ich wollte grad sagen, diesmal traf ich nur da, Alex legt ihn tot. Okay, beendet ich meinen Zug. Ja, die detonieren ja jetzt da und dann. Alter, ist das laut mit den Maschinen. David ist dran. David ist dran. Der Gnome ist dran, ja, nein, ist sehr gut. Wer hat sich doch gerettet? Intelligent. Einer hat überlebt. Dein Luftelementar ist nochmal dran. Weiter. Da braucht man nur einen Zeugen, unser Heldenparten. Heldenparten hat mir gefallen. Ich glaub einer hat nur überlebt, oder? So, jetzt muss hier irgendjemand anderes looten. Ich kann nix mehr aufnehmen. Schön, dass er gesagt hat, wir haben es geschafft, wir haben überlebt. Oh, da ist der hinten jetzt rausgedrungen aus der Tür. Kann ich das Bild mitnehmen? Find seine Bilder! Okay, beendet ich Twelve. pen Alter, hier oben liegt ein Zombie, der ist noch nicht tot. Oh, jetzt ist es. Die Inscription sagt, fresh supplies for the steel watch, courtesy of Necromancer Balthazar. Unsere Charakter können sie nicht entscheiden. Pink's a tin? Ja. Eine Runde gedanced, Alex. Ja. Guck mal, wir sind alle wieder voll. Ich habe schon ein bisschen leer gemacht, dass der weiter looten kann. Wo groß mehr gibt es ja auch nicht zu looten. Wir können nur noch da unten. Alex hat ziniert, dann haben wir alles. Hm. Wir waren noch mehr Teils. Wenn wir durch eine andere Tür oder so gehen. Na, hier die von Treuzern vom Vorkammer. Naja, da müssen wir auch nur durch. Aber bringt uns ja nicht viel, wenn wir alle voll sind. Ach, äh. Ab. Nicht links. Naja. Okay, so voll sind wir gar nicht. Halb voll. Nimm das. Knapp über halb voll. Das sind ja bei der anderen Tür kommen wir wieder nach draußen. Was ist mit der da? Ja, das ist die einzige Tür noch, ne, David? Die du meintest. Ja, komm zurück. Alles klar. Geh ich da mal hin. Mein Geist kann ich nicht irgendwie heilen, ne? Ne, mein Elementar. Glauben nicht, ne? Ist der hier nicht hingelaufen oder was ist dein Problem? Doch, komm da. So. Hier hinten war ja ne Streit. Wir müssten alles haben, auch nix. Ist das hier die Treppe oben? So leise. Äh, mal speichern. Hier ist nur so leid da. Ja, hier oben sind noch Sachen. Ja, aber es ist keine Treppe. Wartest du da die Treppe? Es gibt keine Treppe, du bist im Wetter auch gegangen. Was sagt er? Ja, kannst du die Tür hier vor uns knacken eigentlich? Nö. Wegen, äh, Treppe ist Leiter oder wegen was? Da, ne, segelt. Wenn du mich so fragst, nicht. Alter, Schwierigkeitsgrad 30. Ei, 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 ei. Bist du jetzt gut oder nicht? Mal sehen. Wollen wir nur mal speichern, sicherheitshalber? Ne, ne, alles gut. Wollen wir nur mal speichern, sicherheitshalber? Mann, Alter, ich würfel immer nur ne 10, ey, was soll denn das? Ah, okay. Jetzt. Ja. Ja, ja, halt da, halt da, halt da. Oh, äh. Oh, du wirst ja wirklich jetzt schwoppt, okay. Ich komm hinterher. Ich bin keine Hilfe, aber ich bin da. Ja, schwoppen auch mit. Gehen wir auch hinterher? Ja, schwoppen. Oh, Junge, hier sind vorne. Schwoppen, jetzt. Wenn ich mir angehören haben. Wir gehen gar nicht durcheinander. Trouble. Trouble. Trouble hab ich verstanden. Oh, da steht schon keiner. Alter! Oh, hier kommt ein richtig... Da kommt ein... Da kommt ein... Da kommt der Boss-Boss. Oh, da steht schon keiner. Oh, da steht schon keiner. Boss-Boss. Der Boss-Boss. Der Boss-Boss. Warum bin ich eigentlich schon wieder vorne? Nur, du rennst wie so'n verrückter. Naja, kann er ruhig. Alles hier drin. Alter! 28! Okay. Ja, ja. Die machen mit ihren Bögen auch Schaden. Die machen aber... Die... Blatt-Boss. Äh... Jo... Da machst du das hier. Bonus. Also, ich würde den Dicken angreifen und ihr macht die kleinen rundherum und fertig. weiß nicht alles. Oder wie? Obst du da hast denn die Chance? Na, mein Blutdruck so'n besser auf mich geht, ist okay erst mal. Ist wieder Elektrizität. Naja, Wucht-Resistent hat er ein bisschen, ne? Also, machst du auf jeden Fall weniger Schaden an ihm. Blitz ist halt sein Ding. Na, wort habe ich nicht? Ob er, äh... Ficken-Krisen-Kennerwiese ist. Ja, hat er aber auch die. Was? Warte. Du machst auf jeden Fall ein bisschen weniger Schaden an ihm als normalerweise. Ja, dann werf ich den Bombs erst mal. Da renne ich ran und greffe ich nochmal. Ja. Erst mal gucken, was Alex macht. Und was der Gegner dann macht. Na, der geht... Der... Das Fett ist erst nach mir dran. Davor sind die kleinen nix los. Kann ich denn bei mir gleich mal gucken, ob ich noch eine Schriftrolle mit irgendwas Kettenblitz oder so hab. Das würde sich auch lohnen. Cool. Ich bin erst mal so weit weg irgendwie konnte. Hab ich... Hab man gesehen... Ich bin prefer- Du könnte ein bisschen Schaden ausrichten. Hm-hm-hm... Eh... Jo, Rusen, hau rein! Und David leinst da? nur david und josen so das sind ja noch die drei der neus mehr alter hat der schaden schade wäre geil wenn dein schwer blitzschaden machen würde ach so wenn du mit dem bogen auf ihn schießt oder so nimmt immer schon blitz war der blumen sie macht krass die aktion und mega viel weg ist man auch nur noch laufen kürzer ja da war die schumann kogeln ja 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 Oh doch, Kettenblitz habe ich einmal. Gut. Dann versuche ich das gleich mal. Eine gute Attacke, ja gerade. Wenn ich mal drankomme, mal gucken, was der Dicke macht. Alter. Ja, nix, Alter. Gar keinen Schaden an ihm gemacht, ey. David ist aus seiner Gestalt dann raus, glaube ich. Soll ich, David, dir helfen oder ich will es versuchen? Du hast nur 8, ja. Gerade so 20, scheiße. Lass doch mal stehen. Danke, ich bin dran. Oh, meine Schattenkette, ich will bleiben, okay. Okay, das ist so ein bisschen. Gut, David ist stark überladen. Achso, weil ich mich dann... ...hatte, ich glaube, ich hatte noch. Hä? David, ich nehme gerade was bei dir raus. Bei mir? Nee, ich nehme bei David gerade was raus, habe ich gesagt. Soll ich, nimmst du bei David was raus, oder? Bei David Oves. Oh, der Kettenblitz war geil, Alter. Bei den Wächtern beiden 100 Schaden und bei ihm 80 oder so. Warum habe ich denn da nicht mit Öl was bei? Ihn habe ich sogar auch getroffen, ne? Das war geil. Kettenblitz soll ich doch mal wieder mit reinnehmen. Muss ich die Eiswand rausnehmen. Aber das kann ich nicht im Kampf ändern, oder? Nee, das geht im Kampf nicht schon. Warum wir eigentlich sind jetzt schon hoch? Weil ich einen Kettenblitz gemacht habe, habe ich doch gerade gesagt. Und das hat bis zu 100 Schaden bei denen. Aber der hat noch 68, deswegen. Vielleicht ab der Hälfte, sagen Sie, sehe ich es, Selbstverstörung. Nee, nee, ab 50. Bei nur unter 50. Naja, deswegen, weil der noch 68 hat. Naja, bei dem keine Ahnung, aber hatten wir bei dem anderen vorhin auch. Ja, bei mir ist einer 46 und der andere. Das ist sicher, okay. Alter, jetzt ist sie wieder so überlaut. Wenn ich den Soundbus für die jetzt runterdrehe, dann ist das für später auch scheiße, Leute. Hier hinten geht's jetzt. Aber dann sehen wir nichts. Gut, und der auch noch. Geil. Also müssen wir uns jetzt erstmal zurückziehen. Vielleicht kann ich nicht filmen, aber eigentlich. Kannst du auch, ja. Wenn er so dumm ist und dich angreift, vielleicht kriegt er ja noch Schaden von einem, der explodiert. Nee, ich bin mal ein Ketten, soweit ich weiß. Die bewegen sich nicht mehr. Nee, das ist nicht laut. Ich glaube, die bewegen sich nicht mehr. Nein, Heiler meint den Dicken. Ja. Achso, ja. Den hast du den Dicken angreifen, oder? Und der Heiler, du musst erst mal weg da. Hm. Mach Rückzug und renn nach hinten weg. Ja, kann nicht laufen. Du kannst nicht laufen? Nee, verstümmelt. Oh, ist das mies. Hm. Hast du einen Pfeil der Teleportation? Aber das kann ich als Vieh nutzen. Bringt nix. Ich kann kein Vieh mehr. Ja. Ansonsten, nimm doch so einen Heiltrank. Wir haben noch so einen, du hast doch Tränke drin. Nimmst du heilenden Trank. Heilt, blind, verstummt, gelähmt, vergiftet. Oder du nimmst meinen Dimensionstor-Zauber-Spruch. Dann kannst du dich wegporten. Nee, hab ich nicht so einen Dings von Teleportation-Pfeil? Nee, ja. Naja, aber, äh, Usen hat zwei. Ich packe dir die rein, warte. Okay. Lüftrolle wäre auch gewesen. Jetzt müsstest du mit dem Pfeil der Teleportation, müsstest du wegkommen. Äh, ich muss jetzt mal Platz machen, gehen mal oben. Hey, wo ist der jetzt hin? Ich weiß nicht, ob er einen Pfeil nutzen kann, er ist diese Vieh... Er ist doch keine Gestalt mehr. Ach so? Mein Gott, Usen. Zum dritten Mal. Ach so, okay, sorry, sorry, sorry. Ey, kann ich immer ein Stück nach oben stehen, bitte? Ah, wo ist er jetzt, da? Hä? Kannst du mich verarschen? Hier. Perfekt. Na, süßer. Bist du erstmal raus aus der Welt? Oh, so, einen brauchen wir jetzt, nur noch einen. Okay. Kannst du nur fernkampf machen, Usen. Oder schmeißt du in den Dingen. Das geht natürlich auch. Mal gucken, was gleich passiert, du. Silvester. Feuerwerk. Du hast noch mal neuesten Schaden gemacht, nebenbei, Leute. Was heißt der Elsgenoss? Irgendwas. Das ist das Bollwerk. Macht angreifend eigentlich wenig Sinn, oder? Ja, unnachgiebiges Konstrukt, keine Ahnung. Ich kann ihn nicht untersuchen, leider. Ich auch nicht. Ich kann ihn untersuchen. Ja, guck mal, was er macht. Dieser Stahlwächter kann nur durch Angriffe beschädigt werden, die mindestens 15 Scham bewirken. So, um. Was hat er drüber, Bollsat? Ne, Bedroh steht er höchstens, aber Bollwerk steht hier nichts. Ach so, doch. In diesem Defensiv-Zustand wird der Stahlwächter unnachgiebig und kann seine Reparatur-Matrix für den Feuergeschosse und sein AFA-Protokoll ersetzen. Ja, dann repariert er wie jetzt gerade Reparatur-Matrix. Hm. Ach so, soll ich auch noch mal gucken, okay. Nee, sonst ist hier nichts mehr. Nur ob er droht und Attribute stärker. Ach so. Zu Beginn seines Zugs wird dieser Stahlwächter von aufborenden Servus um 3 bis 24 Treffer-Pukte geheilt. Ja, aber ich bin jetzt mal nicht mehr an, ich bin jetzt mal nicht mehr an, ich bin jetzt mal nicht mehr an. Genau. Oh, scheiße. Und deinem Geist oder so kannst du nicht noch zur Seite gehen, weil David? Den kannst du platt machen. Eigentlich so ohne eh weg. Weiß. Ja, ich habe ihn auch seinen Zustand dadurch rausgeholt. Cool. So Leute, die machen wir doch locker platt. Der eine macht gleich Kaboom. Nee, ich bin jeder gestern. Ich lege auf dem Boden irgendwie. Jo. Alle gekonnen, ne? Hm? Ja. 103 hat er nur noch. Der Titan. Oh, der wird es dran. Wird seinen Viech an. Einfach so ein Pfeil des Blitzes da draufballern und dann ist das eigentlich völlig in Ordnung. Da können wir die auch mal verbrauchen, ne? Hm. Hast du noch einen Blitzpfeil? Jo. Vier Stücke hat er, ja. Hau auf. Über einen Zauberspruch als Pfeile. Okay. Oh, dann. Irgendwut. Guck gerade, oder? Boah, schön. 15er. Ist die Frage, geht der denn auch hoch? Werden wir gleich sehen. Weil er ist nach Usen dran. Kann sein, dass er dann gleich detoniert, oder? Na, aber Usen kann ja mal weglaufen. Boah, kommt drauf an, wie groß er detoniert. Dazu willst du es für mich und David und so. Hau ihn weg, Usen. Ziefröste. Da ist es nicht ganz so einfach. Bala, Rinder. Ich mag oft, ah. Weg mit dem Dreck. Los. Muha für tot. Hau den Reizer Grinder in die Spalte. Kann ich da leider nicht. Ich kann nicht angreifen, leider. Der ist im Mund, gehen wir alle meine Angriffe. Hau da einfach drauf. Ne, geht nicht. Hau da trotzdem drauf. Geht nicht. Kannst du doch irgendwas machen. Ist doch vollkommen rund. Siehst du? Hat er Schaden gemacht. Ja, mach einen Schaden. Auch wenn er zu haut, macht er Schaden. Nee, leider nicht. Wie gesagt, wenn ich ihn angreife, kann ich nicht. Ja, Usen ist wahrscheinlich ein Stück zu weit weg, deswegen kann er nicht angreifen, weil er verstümmelt ist. Immobil steht da irgendwie. Immobil. Immobil. Immobil, ja, Usen. Du bist zu einem Haus. Ja, das war gut gegangen, dann musst du den Zug beenden. Kannst du weglaufen, das geht auch nicht, oder? Nee, weglaufen kann er nicht. Nee, er ist verstümmelt, deswegen. Bewegungsgrad ist null. Zündest du es mal selber an? Hauptsache ich mache irgendwas und wenn ich mich selber anzünde, boah, kann ich einfach meinen Zug beenden. Nein, ich muss irgendwas tun. Niemals. Ist sie. Los, Usen, mach Ende. Was willst du jetzt noch heilen? Wir machen danach nur eine... Ey, die Verstümmelung hättest du mal vorher wegheilen können, du Pappnase. Du bist manchmal so ein Kloppo, Alter, wirklich. Ich glaube, ich habe ein Problem. Nee, ich kann nicht mehr. Nee, ich kann nicht mehr. Nee, ich kann nicht mehr. Nee, ich kann nicht mehr du. Ja, da wirst du drinnen geheilt. Mhm. Dann bleib mal still. Los, Pailer, mach dein Chidori. Ja, 56. So viel hat er euer Neu. Achso, doch. 75. 75 plus. Das Schild. Das Schild ist gleich im Arsch und dann hat er nur noch ganz wenig. Ja, krass. Das war der Plan. Ja. Ja. Okay. Aber es wird also komplett weggeblockt, wenn er in dem Zeitstand ist. Ja, ey, so. Hätte ich vielleicht als erstes wird angreifen sollen. Ich habe genau 19 Schaden gemacht. Jetzt wirst du mal aufpassen. Ich hoffe, der geht am Ende nicht nochmal hoch, du. Sonst, Jusen, geht mal ein Stück weg noch. Bevor er einen platt macht, sonst wirf irgendwas auf ihn. Wenn er oder schießt nochmal mit einem Pfeil. Kann nichts machen. Kann auch nichts mehr machen. Jusen muss, Jusen muss mit seinem Dings. Ja, okay. Boah, ist einfach explodiert. Er lebt. Alter, er hat einen Bogen. Er hat einen Bogen. Er hat einen Bogen. Unilogen, der hat einen Bogen. Oh, schön, dass der in Gondrmiel. Legendär. Versprochener Sieg bei einem Treffer. Bewirkst du möglicherweise lenkendes Geschoss beim Ziel. Okay, schön. Ist der denn drin bei David? Nicht bei David, der ist noch in dem Vieh drin. Was soll ich da hast? Alter, Bolzen des himmlischen Legens. Das verängst dich, dein Gegner mit einschüchternden Pfeilen nach dem anderen zu sagen. Oh, nicht schlechtes Ding. Ja. Aber für mich komplett unbrauchbar, weil das Ding, dieser Gegenstand leuchtet in einem Radius von 6 Meter. Ich will nicht leuchten. Also ich nehme den auf keinen Fall. Dann könnte ich das nehmen, weil ich ja eh schon leuchte. Ja, du machst ja sowieso nichts mit deinem, mit dem Bogen. Na doch. Ich habe auch gerade zweimal geschossen. Ja, deswegen, ich schieße dich ja selten. Äh, äh, Pei, wer, wer hat Intelligenz von uns? Na, ich. Ich habe einen 19. Dann mach du mal die Tafel. Ich kann auf Magie und Intelligenz. Warte, Max. Was, Magie? Magie. Nicht mehr? Ich habe zwei Würfel. Ich muss ne 5, 10 Würfeln und hab nur ne plus 4. Oh, und der höhere davon ist ja da. Mal gucken. Oh, siehst du, 16, 20. Ah. Bibi Doppi. Du brauchst ja ja kein Kopf mehr. Den Stecker. Den Stecker. Du brauchst mehr als Magie oder Steele, um ihn zu bestellen. Ein Knopf drücken. Na, hundertprozentig, oder? Ne, klar, drück mal einen Knopf. Wenn wir ins Schild sind, drück nicht den Knopf, drücken wir drauf. Ja. Drück den roten Knopf, Beiler. Geht nicht. Geht nicht. Ja. Man muss nicht einfach zerstören. Soll ich mal probieren, Leute? Na, haare. Ich probier mal. Hoffentlich, wenn er verkackt, kriegt er einen elektrischen Schlag oder so. Soll ich den Knopf drücken. Soll ich den Knopf. Kann man noch mehr Sachen drehen? Oh, cool. Ja. Hast du es geschafft? Ja. Beim ersten Wurf. Wow, cool. Das wird wahrscheinlich bei mir genauso sein. Was ist dieses Intelligenz? Oh, ich hab mein Luft Elementar. Okay. Ich hab doch gedacht, das ist ja scheiße. Oh, ne. Das läuft halt wieder. Was ist denn da? Ach, die gehörne kaputt. Ja. 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 Was stehst du da ab, Jorlin? Ich hab mal geguckt, ob ich die Teile hier oben kaputt machen kann, aber... Auf meiner Seite sind's auch im Arsch. Oh, das stimmt. Wenn man sich mit der Tafeln interagieren, so steht. Oh Leute, was ist das? So, ein Teil ging, kann ich's nicht mit tun, ne? Geht mal weg Äh, Usen Geht mal alle weg bitte Den Luftelementar auch weg Äh, David, speicherst du kurz bitte? Ich hab da glaube ich noch so ein Explosionsfass bei Das kann sich auch davor stehen Ja Nö, passiert nichts mit der Taufe Probier mal mit dem Fass Vielleicht macht das mehr Schaden Hat noch jemand So ein Alchemistenfeuer, was er da draufschmeißen kann Mit dem Fass Kann einfach ein Feuerball drauf machen, Alex Ja, mal ein Feuerball Oder so Nee, geht auch nicht Also Gewalt ist hier wohl nicht die Lösung Ach, dass das hier irgendwas zu bedeuten hat Hier ist ein Haken dran Konnte ich drehen Dann ist aber nichts passiert Ich hab Äh, nicht so das Gefühl, dass das hier alles war Oder was sagt ihr auch Wenn man so auf die Karte guckt Gute Frage, nächste Frage, Paila Guck mal, ob das passiert, wenn alle Gehirne kaputt sind Klar, ich konnte die ganze Zeit vorhin mit denen nicht reden Und jetzt kann ich mit denen quatschen, oder was Ich warte, die ganze Zeit kaputt Ja klar Kann ich mich nochmal umentscheiden Also irgendwas brauchen wir noch Pail geschlagen Wir müssen den von oben nochmal mitnehmen Ja, das kann sein Du kannte sich doch damit aus Ja Der wollte sich darum kümmern, ne Aber warte, ja Automatenkomponente liegt hier noch Na, das Diese Eingehör zu einem Automaten, der in der Ferne Begegnet soll Extract Vielleicht kann ich den nicht nehmen Kannst du den nehmen, Jürgen? Ich bin hier auf dem Boden Ich bin hier auf dem Boden Kann ich mal ein bisschen spielen Ich bin hier auf dem Boden Der Spinculier-Head ist Teil des Automaten Ich bin hier auf dem Boden 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 Was flüsterst du? Nein, David Nuschelt schon ganz schön an seinem Mikro Man merkt immer, wenn David müde wird, dann wird sein Mikro leiser und der nur schüttern und auch. Ne, genau so. Wir kommen hier aus diesem Bereich nicht raus. Das sieht gut aus. Es ist weg. Wo ist es hin? Da unten gefallen. Hm. Ne, kann man noch nicht interagieren wenn das Ding drauf liegt. Das ist eigentlich für den Radweg. Ja gut, dann können wir den mal holen. Das ist eigentlich nicht so. was warum liegen hier so viele höhren möchte alle kaputt gemacht hat du höhren hier bringt sanatobin ins kontrollzentrum er folgt mir jetzt bist du dann weiter zurückgelaufen oder ich bin nur zurückgelaufen wir mussten mit dem quatschen damit er dir wieder folgen der kleine schisser läuft da voll durch die säure habt ihr die sehen leute bin säure resistent so läuft da kleine wackelkorb das ist ja jung na es ist im in in es 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 familier es 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 Ich bin bereit, zu ihrer Zeit. Okay, Pirates in der Cutscene? Äh, was soll von mir aus? Ich bin bereit, zu ihrer Zeit. Nur zu. Okay. Oh, okay, cool. Okay. Rennen weg, jetzt kommt gleich die Super-Action-Explosion. Verliebt nur noch der Karte? Den haben wir jetzt natürlich nicht. So, und jetzt die Bank. Schaltet der auch noch mal um? Ich hab immer noch ein Schwarzbild. Oh, die Bank haben wir doch schon ausgeraubt, oder? Ja, da ist eigentlich nichts mehr. Ah, jetzt. Cool. Was verspeichern? Er ist verspeichern. Das ist ein Schwarzbild. Das ist ein Schwarzbild. Ich hab die Mädchen nicht ohne mich. Aber wenn der Schwarzbilder sie ihnen zu gehen können, dann ist es ein Schwarzbild. Das ist Leben und Tod für mich. Du kannst nur so viele Pferde auf meinem Schwarzbild, wie du für sie bezahlen kannst. Aber jetzt haben wir die Grinwiders, meine eigene Crew wird mir schrappen. Shaolin? Ja? Der unterhält sich gerade mit den Leuten. Du bist gerade in der Nähe von mir, oder? Mhm. Hab ich aber, glaube ich, schon mal gemacht vor ein paar Folgen. Ist das Gespräch wichtig, was du gerade hast? Warum? Ich wollte mal zeigen, wie der Typ hier den Boden wirkt. Obwohl er eigentlich nicht den Boden wirkt, sondern mehr die freie Fläche in der Luft. Mhm, gleich. Okay. Er versucht, das mehr trocken zu mischen. Ja, ich sehe schon. Ich kann dich überzeugen. Ich kann dich überzeugen. Okay, Schatz. Easy peasy. Cool. Jetzt guck mal hier, wie der Typ hier wüscht. Ganz außen. Der wüscht in der Luft einfach. Ja. Ich würde Bauchmuskeltraining lösen. Okay. Der hat sich so an seine Bewegung gewöhnt. Ist ne Haki, okay. Nur die Harten kommen in den Garten. Oh. Jetzt haut er auf. Kommt alle zu mir, meine Lakaien. Oh man. David macht schon wieder David Sachen. Ich darf mit den Dachbogern spielen. Ich darf mit den Dachbogern spielen. Ich darf mit den Dachbogern spielen. Deine kleine süße Katze. Hä? Genauso stehen wir auch da. So. David, es gibt auch so ein Spiel, das kannst du spielen, ne? Ähm. Aber es hat jetzt ne Idee, einfach durch das Baldors Gate zu laufen. Die Dinger da, die davor stehen, wegkennern und einfach durchlaufen. Ich würde auch mal sagen, dass wir einfach mal durch Baldors Tor gehen. Und mal gucken, was so geht. Geil. Machen wir so. Die ganzen Strahlwächter, die sind ja alle kaputt. Wollen wir denn wenigstens vorher nochmal ne lange Rast machen, bevor wir da dann gleich reichen? Der kurze Rast würde mir reichen, ehrlich gesagt. Der kurze Rast würde mir reichen. Bei mir nicht. Ich hab mehr als die Hälfte meiner Zauberer. Der Speichern vorher. Der Speichern vorher ist auch wichtig. Der kurze Rast, wie gesagt. Hört auf mich, geht nicht weiter. Wenn ihr weiter geht, wird das erhöhen euch Börer an. Beherrschen. Wir brauchen noch den Nässer-Stein anscheinend von dem anderen. Ja. Also brauchen wir die Steine noch. Wir haben jetzt seine Metallwaffen ausgeschaltet. Können wir uns von dem Dude jetzt nicht den Stein holen gehen? Boah, ich würde sagen, ja. Ist das nicht hier mit Damon quatschend? Mhm. Wo müssen wir denn da hin? Was, mit Damon? Nein, das ist der... Ne, das ist nicht der. Ne, das ist nicht der. Wie heißt der? Gra... Grotscher... Großherzog? Ne. Äh, Gortasch. Geht hier. Also von mir aus können wir gerne noch eine lange Rast machen. Was schau dir, wo bist du denn jetzt hin? Ich bin... Ich bin... Verkaufen. Achso. Geht hier. Guck. Guck. Und nur gerade wie Karin guckt. Guck. 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 Was kann ich für dich tun? Apotheke. Guck. Ich möchte handeln. Guck. 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 immer auch mit nehmen wir mit also warten wir jetzt nichts verkauft hat ja kurzzeitig wieso zu terminen oder was ja drei könnt ruhig schon was machen wenn ihr wollt ich weiß ja nicht wo der boot ist auf der karte waren nicht würde ich sagen war zum südlichen teil oder was oder geht nur mit der gruppe ja okay das bringt nichts hat es los leute stimmung stimmung weiter durch schwankung wir sind vier prozent was machst du gerade dass du mich an nur eine vergiftete war weg mit einer kranken katze weiter hätte die Wie weit ist sie gekommen, dass ich euer Inventar lehren muss zu Alex, ey. So. Alle drin? Warte, ich muss drei Inventare lernen. Und gucken. Ich denke, ja. Was sagt er denn, wo der Dude ist? Na, im Hauptgebäude, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir müssen meiner Meinung nach in die südliche Teil der Würmenbrücke. Oder direkt auf die Brücke. Nee, der war nicht in der Würmenbrücke. Der war doch hier in der Stadt, oder nicht? Aber gut denn, Alex. Hier gibt es kein Schloss oder sowas. Den haben wir getroffen, bevor wir in die Stadt gegangen sind. In der Vorstadt, oder was das da war. Wo wir da durchgelaufen sind, auf die andere Seite sind wir hier rausgekommen, wenn ich das noch richtig zusammenkriege. Also das heißt ja, man müsste zum Basilistentor und dann da durchlaufen, oder? Kommt so an. Na, da müssen wir aber alle durch. Er drückt nicht auf Ja. Na, ich? Weil ich noch nicht fertig bin? Das kriegt ja noch nicht auf Ja. Wie sagt dieser Blutchen? Oh, okay. Na, ich bin auch schon wieder. Oh, ho, ho, ho. Merkt man ja auch nicht. So, jetzt kannst du auf Herdrücken. So, jetzt angefangen mit dem Gehen. Können wir ja auch das nächste Mal machen. Beziehungsweise weiß, wie lange das gleich wieder reingeht. Also nach den Geräuschen zu urteilen, sollte es jetzt gleich abgehen. Oder das war ein Zufall. Er ist in einer Falle gelandet. Eine Falle. Die Zufall. Es ist eine Falle. Ein Zufall. Er lädt und lädt. Sehr schön. Da stehen wir alle ineinander. Das ist der erste raus. Was macht ihr denn? Wenn man zurückgeht, dann geht man direkt wieder ins alte Gebiet. Berlin redet schon mal voraus. Also sobald ihr falsch. Okay, wir wollen alle mit uns kämpfen. Hier ist nur das Gebiet, aber die wollen alle mit uns kämpfen. Naja, ist ja klar, wir haben die ja platt gemacht, ne? Aber da müssen wir rein. Da ist Alex jetzt richtig. Ja, anscheinend geht es hier dann ab, ja. Müssen wir jetzt hier nochmal speichern? Wäre besser, ja. David, man hat nur noch Spielsound im Hintergrund. Ich verstehe dich nicht, wenn du so redest. Ja, aber wenn du siehst, doch speichern, Paila. Ja, aber mich interessiert, was er sagt. Ja, aber trotzdem cool, wenn er nicht so rumnuschelt. Ich glaube, den Ehen schon angeschossen. Nee, geht nicht. Jusen, mit Fliegen musst du Feuer machen. Achso, ist das okay. Fliegen geht auf deine Bewegungsrater. Wir laufen. Es bringt alles nichts. Bringt alles nichts. Bringst dich jetzt um. Hättest du wohl gerne, oder was? Bring den Luft-Elementar nicht um. Es bringt doch was. Wer ist das denn? Luft-Mürmidon? Teilt ja gut aus, ja, du, David. Hm. Was ist das für ein Zauber? Das ist der Stufe 6 Zauber, oder so? Stufe 2 von den Elementaren. Okay. Den hatte ich noch nicht. Oh. Aber der ist trotzdem Level 11. Nicht schlecht. Wow. Okay, kann ich jetzt nicht gucken. War ein Motivations-Miau. Die Specki-Killer. So ist es, wenn man zu nah an den Jusen geht, Alter. Da wird man wirklich gefetzt. Muss sein, Dicker. Da müsst ihr Respekt lernen. Okay. Na, Alter. Hält ja gut was aus, der Boy. Okay. Okay. Hält ja gut was aus, der Boy. Müssen nicht bewegen. Warte, Jusen kurz. Äh, kannst du da weggehen vielleicht? Das wär mega nice. Nee, der kann sie nicht mehr weggehen. Ist mir doch okay, wenn ich den bisschen mit angreife. Sowas würdest du dann schon wieder machen. Was heftig ist. Brauchst du doch gar nicht mehr. Spartest du dir doch. Gedankenstab würd ich gerne machen. Na, aber sparst du doch. Brauchst du doch jetzt ja nicht mehr. Du brauchst doch nur noch ranrennen und die beiden Hitten. Und dann sind sie doch tot. Na, ich könnte doch... Ja, ne, 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 da ist dieses komische Wolken-Dings. So, ist das denn das? Was ist denn das? Was ist denn das Wolken-Dings? Na, direkt bei den zwei Viechern. Ist doch nur ne Dampfwolke. ja so da komme ich nicht rein aber mit dem linken nicht angreifen okay dann haben dann okay das sind noch eine gemäle in der mitte röhmchen neben uns vielleicht nicht erinnern ja das haben wir schon mal versucht einzunehmen einfach so ausfahren dann haben wir wieder zurückgeladen also war wusste ich halt von hier gekommen sondern hier sind wir wieder rausgekommen es war glaube ich wo wir in diesem gefängnis unten waren mit dem boten weißt du konntest dich entscheiden ob du denn die boote los machst und mit denen fließt oder ob du nach oben gehst beim ersten mal sind wir nach oben gegangen wo du es hier kannst du deinen krassen scheiß machen meist erst mal mit gegenständen an gegner und an die gewände die vier kriegte alleine platt locker wenn ich die bewegungsrate habe er uns musste werfen machst du schon mal einen platz wenn das ist wer auf den hinteren auf die genau dann triffst du auch beide anderen ist bei euch dieser rote oktopus der dann erscheint auch immer verbuggt oder ist das nur bei mir so ich habe gerade keine tentakel wo josen drauf geworfen hat da ist ein roter oktopus dann gewesen oder hast du auch noch noch ein extra back der lube ist aufgestanden der wird gibt ihm die kelle buchst du mit dem arsch an hat kein schaden hast du gerade sitzt komisch aus wenn du da so halb auf der ecke hängst am arsch der ist tot so ich werde mal weiter nach vorne gehen nach links in den raum sind auch noch welche ich kann eh nicht viel machen noch mal angreifen david oder geht auch nicht ok dann geht die nur schreien die musen seine opfer der massenmörder ach so der kann mir helfen ok ne alex geht schon zu den truhen der will schon plündern brauchst du nicht das mache ich alter du wichser ne hatte 1 2 3 4 5 dicke truhen da tropft doch schon der zahn oder alex ein bisschen die finger muss ich ja sagen kann auch ein bisschen zu hauen aber da war es so dass du den darf ich nicht warum nicht oder wenn er da alle guten der wird wir haben bis jetzt noch gar kein gelootet die die draußen liegen sind auch nicht gelootet da alle luten die typen alle luten mit guten statuten aber wenn ihr hier fertig seid kann ich ja dann auf jeden fall schon mal in den nächsten raum ein lunch naja warte mal warte mal mit dem rein lunchen weil dann wenn jetzt der kampf vorbei ist können wir hier uns frei bewegen erst mal wirst du okay dann laufe ich erst mal zurück und salute das noch die wolke war nicht von uns war die macht schaden an dir aber wann löst sie sich denn mal auf ich will da nicht rein laufen für mich ist deswegen meine akkaren dings ich denke ob die zu verlieren uns müssen wir ein anderer reinlaufen geht doch bestimmt gleich weg da einfach kurz geduld ich habe keine geduld das ist weg hast diese völlig hat nicht so gut ich habe dich zwar schon geht bis in lauter ich habe jetzt alle 6 steht doch dran leer vertraut im spiel ich mir sagst du hast da wenig lunch denn vertraut daher kommen wir wollen ja wünscht also die piler ist da dann kann man weiter alter feiter lebt's ordentlich da kann man noch mal ordentlich zugreifen überall in jeder ecke auf jeden fall viel an essen und sowas wird es hier geben wartet ja obwohl die dings oh hier ist ein hebel in der ecke der könnte auf jeden fall einen geheimen gang vielleicht öffnen oder er macht die tür hier vor uns auf keine ahnung welcher hebel ist klar weg vom hebelreder ist jusen gleich wieder welcher hebel wo ist der 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 hebel ich ziehe jetzt an dem hebel ich würde sagen die ganzen silberteller und so weiter können wir doch alles liegen lassen oder ja ich ziehe den hebel oh cool hier geht es raus aber ich habe diese geheimtür geöffnet wisst ihr noch woher von außen da rein wollten uns die die uns nicht über die brücke gelassen haben und also war recht lang gegangen aber es geht doch noch zurück der kopf bitte zu der tür und denn das kommt das gerade nicht da und echt nur lot of wine und so klauen jetzt gar keine richtige truhe deswegen kommt noch auf den rand das bedeutet dass das blitz da hier sind ein escher an der seite die messe mit seinem blitz weg machen vor mir liegt eine erschütterungsmine so ihr seid jetzt durch die dingstülle laufen oder durch die holzülle ich kann die werfen das ist echt cool hier vorne ist nur einer da hinten ist nur einer aber durch die holzstür gegangen ja genau boom bitch da kann es wäre so muss hat das ist hier aber sehr sehr blutig er wird mit einem kampf wird der dritte bekommen aber durch gelaufen stehen er besitzt durchschnittlich gelaufen Alter, das war nur meine Nebenhand Das ist krass Alter, Falter, okay Das war krass, ja Das waren 50 Schaden oder so, oder? Äh, ja, ungefähr, ja Alter, das mit der Zweithand Aber alle anderen sind nicht mehr hier in der Ecke Wir müssen wieder zurück Wozu, wie, zurück? Hier in der Ecke ist keiner mehr so wirklich Kommen doch jetzt eh alle zu uns, oder? Ja, wir stehen noch alle da vorne Zack, da ist schon einer bei euch Wir haben ja wie die UU-Kai bei Herr der Ringe So eine Hand auf der Stirn, oder? Ja, die sehen, die dienen alle Saaroman Ja, zwar schwimmen hier schon die Welten Diese Erschütterungshandgranate kann man übrigens einsammeln und werfen Warum wurden die jetzt zu mir geworfen, so eine Scheiße? Äh, na, die kommen aus diesem Erschütterung, äh, Einäscheradar Die kann Peiler kaputt machen mit Blitz Granatenlaufrad Muss ich die kaputt machen? Wäre nicht schlecht Rollen die denn immer weiter bis zu uns hin, oder bleiben die hier vorne? Ne, guck mal, die Granaten kommen doch da oben raus, oder? Ja, unten ist doch nur so ein Flammenwerfer, einäscherar So, der Granatenlaufrad, ja Ja, da wird mir auch angezeigt, wenn ich in dem, in dem Bereich bin Ja, okay Aber muss ich die jetzt nun nehmen, oder nicht? Also rollen die Dinger, oder? Nein, die, äh, werden da von, von diesem Ding da rausgeworfen Auf, äh, auf uns, und, äh, du musst die, die Dinger am, äh, an der Dings kaputt machen hier Die sind gegen Blitz anfällig Okay Und hier über dir auch, das ist das mit dem Granatending Aber welche denn nun zuerst? Naja, keine Ahnung Ich weiß nicht, was die Einäscherar können Das ist doch immer nur Flammenwerfer, da musst du auf den Vorauslaufen Oh Machst du vielleicht erstmal das Granatending da oben, dass keine weiteren Granaten kommen Nice, dann auf der anderen Seite ist Ona 1 Ja, und über dir ist Ona 1 Speiler Der ist doch mal was anderes, glaube ich Ne, das hier Die Granaten machen 23 bis 8, weil sie dich schaden Ja Ja Ich kann aber nur einen Blitz machen, da gibt's leider nicht wie bei den Feuerstrahlen hintereinander Blitzstrahl Ja, alles tut voller Hat aber ein schönes Schild kaputt gemacht Und der kommt auch noch, natürlich Alter Also solltet ihr einfach mal mit Blitzpfeilen drauf schießen, wenn ihr noch sowas habt Äh, ja Aber ich glaube wir müssen erstmal die Typen killen, ja die machen echt Aua Okay, Yusen hilft dir anscheinend Yo, ist der Obdan, ja Okay, jetzt hat Yusen schon mal gut Leben geschluckt So David, vor dir steht ja Ona, wa? Mhm Dann hau ich den erstmal Okay Okay, der ist tot Na gut, dann weiter Leute Ja Aber hier in meiner Gegens ist jetzt keine Gegner mehr, oder? Mhm, weiter vorne vielleicht noch Also Richtung Westen hochlaufen Ja, auf der anderen Seite Dann sehen wir mal an, kurz ein Ding Oh, jetzt hat die Kamera sich bei Dings mit gedreht Ach nee, der ist auch schon tot Nee, auf unserer Seite ist keiner mehr Yusen Ach, da hinten muss ich schon, okay Das dauert von meiner Position aus Okay Ich kann jetzt noch hinlaufen Aber ich hab zwei, drei Gegner gekillt wieder Klassischer Yusen halt Aua Cholin stirbt, ja Klassischer Cholin Mieze Katze Eulenbär Achso, die Katze ist dran, okay Oh, wir hatten ja gerade so viel Schaden gemacht, Alter 54 für ein 12er Schaden Also, äh Der hat sich ja Oder war sogar 56, äh Fast verfünscht, hat der Schaden Alex, ich springe auf den Hinteren und machst den vorne bei dir? Jo Oder hab ich aufs Versehen auf irgendwas gedrückt und hat's grad gemacht? Weiß ich nicht, ob ich's hinkriege, aber ja Das wär auf jeden Fall blöd Hä? Hahaha Dann hast du nur die Einrichtung kaputt gemacht Dann hast du nur die Einrichtung kaputt gemacht Wisst ihr, was das andere ist, was zwischen den Granatwerfern hängt? Äh, David, bei dir, bei der Erschirrungsgranate steht auch kurz vor explodieren, also kann sein, dass die gleich explodieren in deinem... Item Kann zum... Ding? Was, was meinst du? Warte Dann sollte die immer mehr mit dem Allspulgern Was hier? Ding mal nochmal, bitte? Ich hab grad nicht geguckt Ist auf beiden Seiten zwischen den Granatwerfern Das ist da oben Derangierter... Derangierter... Energievorhang, okay Nö, keine Ahnung Und hier ist... Noch ein anderer Ja, also diese Einäscherer... Pumpen einfach nur Feuer aus sich heraus, okay Da brauchst du keine Angst zu haben vor Aber ich würde ja ein bisschen warten, neben den Granatwerfern noch was Na, hier sind überall welche verteilt, aber David, das ist auch einer an der Ecke Diese Granaten meinst du los? Naja, da sind ja in der einen Ecke mehrere Granatwerfer, aber da hängt noch so ein Ding dazwischen Aber ich hab keine Ahnung, was das ist, wenn man untersuchen drückt, wird man auch nicht schlau draus Wir hängen beide jeweils an der Säule über den Kerzenleuchter hier Hängen mal links, hier mal rechts Weiß das alles, was ich tun kann Ich greffe uns doch gegen Bucht Kann sein, wenn die Dinger kaputt ist, dass die ganzen Einäscher und alles mögliche ausgeht Kannst du das angreifen, Jusen? Ich kann's probieren, ja Cool Wenn ihr den vor mir Krieg ohne Hilfe kriegt, den ich platt Oh, äh, ja, damit ging das auf jeden Fall nicht Blitzusen und Wuchtschaden Ja Da muss ich rein rennen, okay Einfach Ich hab keine Aktion mehr, sorry, Leute Alles gut, sonst bewegt dich in die Richtung von Alex Oh Ja 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 Was auch, dass du nicht die Granaten auslöst, wenn du da jetzt wieder drüber gehst Ja Das war nämlich vorhin, das hat fast 40 Schaden gemacht, das ist nicht wenig Aber hier ist auch Aber hier an der Wand sind noch diese zwei Einäscherer Soll ich die erst noch kennen, oder ist das egal? Nein, die kriegst du nicht Nee, das ist erstmal egal, die können wir auch später kaputt machen, nach dem Kampf Äh, die kriegst du eh nicht platt, äh, Usen Die musst, äh, Peiler machen mit seinem Blitz Doch, Wuchtschaden Ja, aber er macht ja keinen Wuchtschaden Mit seiner, achso, naja, dann muss er kurz ne andere Waffe nahmen Die sind überhitzt, die explodieren nach drei Runden Ah, okay Okay, ich bin so nah, anschauen Ihnen, wie es nur geht Ah, ist doch super, dann beende deinen Zug Vielleicht noch das Ding mehr Wenn du nichts mehr machen kannst Diese Feier oder greift an Super Yes, yes, yo Okay, was ist dafür, äh, David in Arschpeak, das äh, lustig Ja, kann nicht mich angehören Hm, wo stelle ich mich jetzt am klarbersten hin? Wo ist man da? Oh, bitte, zu speichern Oh, ich nicht Ja, gut Was war das Falsche? Weil jetzt was episches passiert Achso, eigentlich wollte ich das Ding daneben mal angreifen, ne? Naja, nächste Runde Ja, ganz ehrlich, David, das war schwach Ja, ganz ehrlich, David, das war schwach Hat jemand Schaden gemacht? Der wird ganz wenig Ne Ist er mit seinem Geist weg und der hat Schaden gekriegt Die Explosion, na mein ich Achso, nö Okay, Usen kann den kill An den geklebt habe ich mich gerade den verguckt, der hatte bei mir noch 100 irgendwas leben oder habe ich wieder auch irgendwas Falsches gehabert hier auf den Geist bestimmte Steckt sich hinter der Leiter, der wird sie nicht beschützen, sag ich ja Ja, zusammen drauf herhauen Jo, und jetzt doch Das sieht man immer wieder Alter, da war eine Granate da unten Achso, ist vorbei, okay Achso, ist vorbei, okay Alter Ich glaube, wir sollten uns erstmal heilen Ja, eine Kurse Rasse wäre ganz cool Der Kratzer ist tot Das ist natürlich sehr schade So, ist doch ein perfekter Abschluss Ja, kann man so sagen Wir haben keine Ahnung, wo wir sind Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht Aber wir freuen uns auf den nächsten Trip Jo, genau Ich stelle mich erstmal noch zu euch Gucken wir nochmal rum ums Eck Ich hab den, komm zurück Du brauchst du klauen Nein Ist egal, dann gehe ich zum Turm Hehehe Papier, Paderos, nein, gehe nicht Nein, ich gehe zum Turm Okay Du brauchst du